Musiker-Biografien Mozart Erstens Kindheit und Jugendreisen Wolfgang Amadeus Mozart wurde am 27. Januar 1756 in Salzburg geboren. Sein Vater Leopold stammte aus einer bürgerlichen Familie aus der Freien Reichsstadt Augsburg. Leopold Mozart war ursprünglich nach Salzburg gekommen, um an der Universität zu studieren, die über einen ausgezeichneten Ruf verfügte. Jedoch musste sich Leopold Mozart bereits während seiner Studienzeit durch Musikunterricht erhalten. Im Jahre 1740 musste er gänzlich in fremde Dienste treten. Er wurde Kammerdiener des Grafen Thurn, später Hofkomponist und Kapellmeister der Salzburger Erzbischöfe Schrattenbach und Colorado. 1747 heiratete Leopold Mozart Anna Maria Pertl aus St. Gilden am Wolfgangsee. Gemeinsam hatte das Paar, das in der Salzburger Gesellschaft äußerst geschätzt wurde, sieben Kinder, von denen jedoch nur zwei das Erwachsenenalter erreichten. Das ältere Kind dieser beiden war das 1751 geborene Mädchen Anna Maria, genannt Nannerl. Fünf Jahre später wurde der Familie Mozart der Sohn Wolfgang geboren, der zumeist Wolfell gerufen wurde. Beide Kinder, Nannerl wie Wolfgang, zeigten schon früh ein außerordentliches musikalisches Talent, das vom Vater zudem mehr als bereitwillig gefördert wurde. Ein Freund der Familie erzählte über den jungen Wolfgang im Kindesalter, dass dessen Begeisterung für die Musik so groß war, dass er kaum noch für anderes Interesse zu zeigen vermochte. Jedes kindliche Spiel, jede Tätigkeit musste von Musik begleitet sein. Der junge Wolfgang hielt daher die Erwachsenen in seiner Umgebung ständig an, ein Lied zu singen oder zu pfeifen. Wolfgang selbst, auch wenn man ihm sonst keinen besonderen Hang zu stolzem Gehabe entdecken konnte, bevorzugte es ausschließlich vor Musikkennern zu musizieren, weshalb ihm das erwachsene Publikum diesbezüglich mitunter etwas vorspielen musste. Bezüglich seiner Ausbildung erwies sich Wolfgang als ernsthafter Schüler. Er lernte alles, was ihm sein Vater aufdruck, und er betrieb alles mit einer Gewissenhaftigkeit, dass die übrige Welt um ihn zwischenzeitlich jede Bedeutung verlor. Aber Wolfgang war bereits als Kind durchaus auch ein Charakter voller Lebhaftigkeit und Feuer, der manchmal nur durch die ernste, ja zum Teil strenge Erziehung durch den Vater in Zaum gehalten werden konnte. Wolfgang war ein sehr empfindsames Kind, das jeden Reiz aufnahm, aber oft noch nicht imstande war, diesen, ob seines Nutzens oder Schadens, richtig zu bewerten. Bereits in seinem fünften Lebensjahr komponierte Wolfgang kleine Minuette, die in seinem Übungsbuch notiert wurden. Dieses ist noch heute in Salzburg im Mozarteum zu sehen. Einmal in diesen frühen Kindheitsjahren traf Leopold Mozart seinen Sohn gar bei der Komposition eines kompletten Konzertes an, das jedoch so schwierig war, dass es wohl kaum ein Mensch hätte spielen können. Wolfgangs Gehör war äußerst fein, sein Musikgedächtnis von Anbeginn an sehr sicher und bald waren die musikalischen Fertigkeiten des Jungen so weit gediehen, dass er die meisten Stücke sofort vom Blatt spielen konnte. Ebenso wie Wolfgang war auch Nannerl sehr früh schon äußerst fortgeschritten, weshalb der Vater im Jahre 1762, als seine Kinder gerade sechs und zehn Jahre alt waren, damit begann, mit ihnen umherzureisen, damit die ganze Welt dieses Wundergottes, wie er sagte, sehen könnte. Nach der nächstgelegenen größeren Stadt München ging die Reise bald in die kaiserliche Residenzstadt nach Wien. Kaiserin Maria Theresia, ihr Gatte Franz von Lothringen und deren Kinder waren selbst durchaus musikalisch. Maria Theresia zeigte sich beeindruckt vom Können der Geschwister Mozart und der sechsjährige Wolfgang, so erzählt man, sei der Kaiserin ohne weiteres auf den Schoß gesprungen, um sie zu küssen. Zur kaiserlichen Tochter Marie Antoinette aber, die ihm aufgeholfen hatte, als Wolfgang am glatten Parkettboden ausgerutscht war, soll er angeblich gesagt haben, sie sind brav, sie will ich heiraten. Der jüngste Sohn der kaiserlichen Familie, der spätere Erzherzog Maximilian, der in Wolfgangs Alter war, blieb diesem stets ein Freund und war auch später ein Förderer Beethovens. Im Mozarteum hängt ein bekanntes Gemälde von Wolfgang und Nannerl Mozart, das anlässlich dieses Auftritts vor der Kaiserin gemalt wurde. Als Wolfgang sechs Jahre alt war, hatte ihm sein Vater bereits in jeder Hinsicht den besten musikalischen Unterricht zukommen lassen. Er spielte nicht nur Klavier, sondern auch Violine. Leopold Mozart war ja selbst ein bemerkenswerter Komponist, der unter anderem eine schon damals weithin bekannte Violinschule geschrieben hatte. Auch während der ausgedehnten Reisen mit seinen Kindern setzte der Vater die musikalische Ausbildung fort, bald erlernte Wolfgang auch das Orgelspiel. Im Sommer 1763 konnten Wolfgangs Wundertaten in Süddeutschland bestaunt werden. In Heidelberg rasten die jungen Füße mit solch einer Geschwindigkeit über die Pedale, dass es der Pfarrer selbst ein Wunder nannte. In Frankfurt konnte Johann Wolfgang von Goethe den jungen Wolfgang Mozart musizieren hören. Schließlich führten die Reisen der Familie Mozart bis nach Paris, wo sie am königlichen Hof ebenfalls huldvoll aufgenommen wurden, wie zuvor in Wien. Wenn gleich Madame Pompadour von Wolfgangs unbekümmerter kindlicher Direktheit weniger angetan gewesen sein soll als zuvor die Kaiserin. Überall staunten die Menschen über die Fähigkeiten des jungen Mozart, eines Kindes, das nach dem bloßen Gehör und ohne die geringsten Probleme jeden Ton korrekt bezeichnen, ohne Klavier komponieren konnte und nach dem Gehör Gesang begleiten konnte. Allerorts waren der Familie Mozart Beifall und Einnahmen gewiss. Ebenfalls überragend war im Jahre 1764 die Aufnahme am englischen Königshof in London, wo bis vor wenigen Jahren die Wirkungsstätte des großen Georg Friedrich Händel gewesen war. Aufgrund des ganz besonders regen Publikumszuspruchs währte der Aufenthalt in England besonders lang. Während dieser Zeit wurde Wolfgang im Gesang durch einen italienischen Künstler unterrichtet, ebenso verfasste der junge Komponist vor Ort seine ersten Sinfonien. 1765 führte die Rückreise über die Niederlande, wo Wolfgang und Nannerl lebensbedrohlich erkrankten, ehe sie zu Ostern in Amsterdam wieder auftraten. Nach einer Reise von insgesamt über zwei Jahren erreichten Wolfgang, Nannerl und Leopold Mozart im Herbst 1766 schließlich wieder Salzburg, wenngleich schlussendlich doch mehr mit Ruhm, denn mit Geld bedeckt. Diese frühen Reisen gereichten dem jungen Mozart in mehrfacher Hinsicht zum Vorteil. Einerseits konnte er bereits in jungen Jahren eine beträchtliche Reife erlangen, eine Ernsthaftigkeit, die ihm förderlich war. Andererseits sammelte er viele Erfahrungen über die Mentalitäten, die menschliche Seele und einfach die Kultur verschiedener Nationen, und er begriff, dass die Musik die Universalsprache ist, die über alle Ländergrenzen hinweg verständlich bleibt. Doch mehr noch als die bisherigen Reisen sollte Mozart sein kommender Aufenthalt in Italien prägen. Lange hielt es Vater und Sohn nämlich nicht in Salzburg, wo sich die Verhältnisse in mancher Hinsicht als zu eng erwiesen. Der Drang, Neues zu erfahren und auch der Welt, Neues zu geben, war überaus stark. Zunächst zog es sie im Jahre 1768 abermals nach Wien, wo sich aber beim Vater bereits die Einsicht durchsetzte, dass ein Italienaufenthalt für Wolfgangs Weiterentwicklung das Beste wäre. In Wien erteilte Kaiser Josef dem jungen Mozart den Auftrag über eine italienische Oper, La Finta Semplice, die verstellte Einfalt. Und der zwölfjährige Knabe durfte eine feierliche Messe zur Einweihung einer Kirche dirigieren, was auf ihn einen solchen Eindruck machte, dass er noch 20 Jahre später davon sprach. Auch eine deutschsprachige Operette, Bastien und Bastienne, wurde in Wien aufgeführt. Die Aufführung der zuvor genannten italienischen Oper jedoch wurde durch Feinde und Neider Mozarts im Umfeld des Kaisers verhindert, wodurch Leopold Mozart umso mehr überzeugt wurde, dass das Talent seines Sohnes wohl nur in Italien selbst gebührend genötigt werden würde. Italien ist das Mutterland der Musik und hat eine Fülle hervorragender Komponisten hervorgebracht. Wesentlichen Anteil an der musikalischen Entwicklung hatte auch die Kirche, über deren Einfluss die Musik auch in die deutschsprachigen Länder getragen wurde und von diesen bereichert wieder zurückkam. Einen ersten monumentalen Höhepunkt erreichte die Musik durch den römischen Komponisten Palestrina. Nach ihm brach in die katholische Kirchenmusik der Charakter des Weltlichen und Theatralischen ein, und zwar durch die Entstehung der Oper. Mitentscheidend dafür war der Einfluss der neugeborenen Antike, in diesem Fall zunächst der Einfluss der griechischen Tragödie. Die reine Musik, zu der auch der protestantische Chorgesang zu rechnen ist, entwickelte sich auf Grundlage des protestantischen Chorals anhand des Orgelspiels und Chorgesanges weiter und erreichte in Johann Sebastian Bach ihren ersten Höhepunkt, quasi die Klassizität der neueren Zeit. Bachs Landsmann Georg Friedrich Händel bewegte sich zunächst auf dem Gebiet der Oper, worin er in Italien bereits einige große Erfolge feiern konnte, um so dann die volle Größe des geistlichen Dramas im Oratorium entfalten zu können. Das Publikum hing damals am Theatralischen und dessen Mittelpunkt war für die Oper eben jenes Land, das einstmals die Musik geboren hatte. Wie seinerzeit die größten Tonsetzer, so hatte Italien nun allemal die größten Sänger zu bieten und ein einziger hier erreichter Triumph garantierte den weiteren Erfolg im gesamten restlichen Europa. So war es nur logisch, dass Leopold Mozart bestrebt war, mit seinem Sohn in Italien zu reüssieren, nachdem dessen Talent in den deutschsprachigen Ländern nicht ausreichend gewürdigt wurde. Gegen Ende des Jahres 1769, als der junge Mozart beinahe 14 Jahre alt war, reisten er und sein Vater über Tirol nach Italien. Und überall riefen Mozarts Auftritte grenzenlose Bewunderung hervor. In Verona musste er gar mit Gewalt zur Orgel und wieder fortgedrängt werden, so groß waren die begeisterten Menschenmassen. In Mailand schließlich erhielt Mozart den Auftrag über eine Oper, wofür in Italien sozusagen zweimal im Jahr Saison war. Mozarts erster Auftrag fiel in die Zeit vor Weihnachten. Das Honorar betrug wie allgemein üblich 100 Dukaten ungefähr 1000 Mark, nebst freier Wohnung. Dies war ein beträchtliches Entgelt für einen jungen Anfänger. Doch als Anfänger erwies sich Mozart bei seiner Arbeit freilich in keiner Weise. Nachdem Vater und Sohn sich auf die Weiterreise begeben hatten, das Libretto wurde ihnen nachgesandt, kamen sie nach Bologna, wo der größte italienische Musikgelehrte jener Zeit, Pater Martini, das angeeignete Wissen und das gegebene Talent des jungen Mozart in höchsten Tönen lobte. Auch den größten Sänger dieses Jahrhunderts, den damals bereits über 60-jährigen Carlo Broschi, genannt Farinelli, lernte Mozart dort kennen und seine Kunst quasi als letzte Erbschaft der größten Zeit des schönen Gesangs hochschätzen. Denn nur wer die Gesangskunst im höchsten Sinne versteht, kann auch wieder für den Gesang richtig komponieren. Auch in Florenz, wo damals noch die Habsburger regierten, wurden die Reisenden aus Salzburg bestens aufgenommen. Und in Rom gelang Wolfgang so dann herausragendes, nämlich nachdem er nur ein einziges Mal dem neunstimmigen, musikalisch höchst anspruchsvollen Miserere von Gregorio Allegri zugehört hatte, diese vom Vatikan streng geheim gehaltene Partitur aus dem Gedächtnis fehlerfrei niederzuschreiben. Die Weitergabe der Noten war den römischen Musikern bei Strafe der Exkommunikation verboten und auch Leopold Mozart achtete darauf, dass diese beinahe historische Niederschrift nicht in fremde Hände fiel, was ihn und seinen Sohn dem ernstesten Tadel der Kirche ausgesetzt hätte. Je tiefer Vater und Sohn nach Italien kamen, desto lebhafter wurde die Bewunderung. So hinterließ auch der Aufenthalt in Neapel umgekehrt auf Mozart einen bleibenden Eindruck, wenngleich, oder vielleicht gerade weil, seinem naturell die Ernsthaftigkeit, die ihm in Rom begegnet war, eher entsprach. Und beim zweiten Aufenthalt in Rom folgte auf einen Auftritt auch eine private Audienz bei Papst Clemens XIV. Zu diesem Anlass verlieh der Papst Mozart den Orden vom Goldenen Sporen. Mozart machte sich zunächst nicht allzu viel aus dieser Ehrung und sein Vater schrieb nach Hause sogar, dass es ihn jedes Mal erheitere, wenn sein junger Sohn ehrfürchtig als Signor Cavaliere angesprochen wurde. Dennoch wussten später beide die gelegentlichen Vorteile einer solchen Auszeichnung durchaus zu nutzen und lernten sie schätzen. Ja, Ehrungen wie diese waren freilich sogar helfende Stufen auf dem Weg zu Ruhm und Erfolg. Und eine wesentliche solche Hilfe war auch die Ernennung Mozarts zum Mitglied der berühmten Philharmonischen Akademie zu Bologna, was ihm in Italien den Titel Cavaliere Philharmonico einbrachte. Als er so dann im Oktober 1770 wieder in Mailand eintraf, da war Mozarts Stellung nach Rang und Namen somit schon zu beträchtlichem Erfolg gediehen. Signor Cavaliere, Ritter Mozart. Und das mit gerade einmal 14 Lebensjahren. Und die italienischen Reisen selbst verhalfen Mozart dazu, seine künstlerischen Anschauungen ausreifen zu lassen. Zu seinem sicheren technischen Können kam das Begreifen eines reinen Schönheitssins, wie er von Vater und Sohn in den deutschsprachigen Ländern immer klagvoll vermisst wurde. Mozarts Künstlertum verlangte nicht mehr nach formaler Vollendung, sondern nach innerem Lebensinhalt. Und die Spuren dieser persönlichen Lebensberührung waren es auch, was fortan Mozarts Wirken prägte. Dies und die nun kommenden Erfolge banden Mozarts Herz für die nächste Zeit eng an Italien. Die italienische Oper, die damals alle Welt beherrschte, war nichts weniger als ein fesselnder, dramatischer Vorgang auf der Bühne. Die schwelgerische Lust der italienischen Komponisten am schönen Gesang band das Hauptgewicht des Ganzen auf diesen. Interessante oder auch ergreifende Ereignisse aus der Geschichte oder vielmehr noch aus den großen Sagen der Antike und des Mittelalters, waren so hergerichtet, dass durchwegs eine Liebesgeschichte darin die Hauptrolle spielte und in den Ergüssen des liebend glücklichen oder aber unglücklichen Herzens gipfelte. Derartiges war wahrlich ein reiches Betätigungsfeld für eine Kunst wie die Musik. Doch wurde auf diese Weise auch alles auf den Einzelgesang, die Arie, konzentriert und die Oper allzu oft eine einzige Aneinanderreihung von Arien. Und wer also die schönsten Arien schrieb, der war Sieger. Ja, mehr noch, die Arien mussten den Sängern regelrecht auf den Leib geschrieben sein, wenn sie ihre volle Wirkung tun sollten. Die schönsten Töne dieser Sängerin oder dieses Tenors mussten zugleich die Glanzpartie der Arie sein und umgekehrt. Nur dann konnte man sicher sein, dass die Oper in ganz Europa ein Erfolg werden würde. Der junge Mozart trat äußerst bescheiden an diese vorhandene Erbschaft heran, denn jene Form, die mehr als ein Jahrhundert in der ganzen Kulturwelt gebilligt und bewundert worden war, die wagte freilich auch ein 14-jähriger Junge nicht zu ändern oder auch bloß anzutasten. Doch wie Mozart nun in seinem Werk die einzelnen Züge der fabulösen Historie, wie er sagte, des alten unglücklichen Pontuskönigs Mitridates aufnahm und entzündende musikalische Momente verdichtete, das verrät nach der Aufführung des Werkes am 26. Dezember 1770 eine öffentliche Kritik mit folgenden Worten Der jugendliche Kapellmeister studiert das Schöne der Natur und gibt es mit der seltensten musikalischen Grazie geschmückt wieder. Im Publikum erklangen nach dem Ende der Aufführung von allen Seiten die Rufe Eviva il Maestro Eviva il Maestro Es lebe der Meister. In der Tat musste das Werk 20 Mal hintereinander aufgeführt werden, auch für fünf andere Bühnen, darunter Wien wurde es bestellt. Für die erste Saison des Jahre 1773 wurde Mozart wieder in Mailand engagiert und zwar diesmal für einen Lohn von 130 Dukaten. Doch dazwischen fiel noch eine andere Bestellung, die wohl der Ruhm des Mitridates bewirkt hatte. Mozart sollte mit einer Serenata, das heißt mit einer kleinen Oper, die Hochzeit eines Sohnes der Kaiserin Maria Theresia in Mailand verfeinern helfen. Das war noch im Sommer 1771 und so waren Vater und Sohn Mozart zu dieser Zeit abermals vor Ort. Der Stoff war Ascanius von Alba. Obwohl der vorgegebene Text hauptsächlich Schmeicheleien gegenüber dem Brautpaar aufwies und Mozart nur von August bis Oktober zum Komponieren Zeit blieb, gelang ihm ein bemerkenswertes Werk. Zwar war Mozart's Serenata bloß das Rahmenprogramm für eine Oper von Johann Adolf Hasse, des damals wohl berühmtesten Komponisten Italiens und dennoch überflügelte das Werk des erst 15-Jährigen jenes des alten Meisters. Und Hasse selbst vermochte die Qualität seines Rahmenprogramms neidlos zu würdigen. Nach der Aufführung von Mozart's Werk, das vom Brautpaar wie vom Publikum heftig beklatscht wurde, soll er ausgerufen haben, der Knabe da wird alle vergessen machen. Im Dezember 1771 war man wieder daheim in Salzburg, jedoch mit der schönen Aussicht auf weitere Lorbeeren in Italien, was auch nötig war. Denn der Tod des Salzburger Erzbischofs Sigismund brachte einen neuen Herrn, und zwar jenen hochfahrenen und kleinlichen Hieronymus Graf Coloredo, der in Mozarts Leben eine traurige Rolle spielen sollte. Die Komposition des Festspieles anlässlich der Amtseinführung wurde Mozart übertragen, es war der Traum des Cipio. Als erzbischöflicher Konzertmeister, was Mozart nach seinen Erfolgen in Italien geworden war, hatte er die Musik für den Hof und den Dom zu schreiben, denn jene Tage verlangen in ihrer Lieblingskunst stets Neues. Und wenn Mozarts Messen dem theatralischen Zuge der Zeit nachgebend mehr ein gefälliges Spiel als kirchlicher Ernst und daher von geringer Bedeutung für die Nachwelt waren, so leitete ihn die Komposition von Sinfonien auf ein Gebiet, das von Josef Haydn begründet über Mozart zur machtvollen Erscheinung Beethovens führen sollte. Die Sonatenform, die auch der Sinfonie zugrunde liegt, war durch eine stets mehr dichterisch- musikalische Entwicklung aus jener Suite entstanden, die unter dem Antritt der Allemand eine Reihe von Tänzen vorführte. Und wie nun der Tanz selbst ein unmittelbares Abbild natürlicher menschlicher Regung und Leidenschaft ist, so waren auch Sonate und Sinfonie nebst dem Quartett stets mehr der Ausdruck des persönlichen Erlebens und der Gemütsregung des Komponisten, der je größer und tiefer er die Welt fasste, auch desto ergreifender ein rein musikalisches Abbild derselben zu geben vermochte. Wie in der Oper, Dichtung und Wort, so war für Klavier und Orchester die eigene Erregung in Freude und Leid des Lebens Anstoß und der poetische Vorwurf der musikalischen Komponisten. So findet sich auch Mozarts Leben direkt in seiner Kunst wieder und nicht zuletzt diese Tatsache macht die Lebensgeschichte dieses Komponisten so besonders anziehend und bedeutungsvoll. Im November 1772 begeben sich Vater und Sohn Mozart also abermals auf die Reise nach Italien. Die Oper Lucio Silla war für Mailand zu schreiben und gleichzeitig geht der Wunsch des Vaters in dieser Zeit sogar dahin, in Italien eine feste Anstellung für seinen Sohn zu finden, denn die Salzburger Tätigkeit unter dem neuen Erzbischof schien keine Perspektiven zu bieten. Obwohl der Erzbischof der Aufklärung relativ offen gegenüberstand und dem andernorts bekannten allzu dumpfen klerikalen Regiment gegenüber eine positive Erscheinung war, so war er doch zu sehr Machtmensch, als dass zu freien Geistern wie Vater und Sohn Mozart in seinen Diensten ein souveränes und fruchtbares Wirken möglich gewesen wäre. Mit dem Versuch, dem Sohn eine feste Anstellung in Florenz zu verschaffen, scheiterte Leopold Mozart jedoch, umso erfolgreicher war die Tätigkeit in Mailand. Die neue Oper Lucio Silla war ein großer Erfolg und wurde mehr als 20 Mal aufgeführt. Mit diesem Erfolg jedoch endet die eigentliche Tätigkeit Mozarts in Italien. An Folgeaufträgen dürfte es nicht gemangelt haben, doch der Salzburger Erzbischof versagte den weiteren Urlaub, da er es nicht gerne sah, dass seine Angestellten bettelnd durchs Land zogen. Mozart selbst meinte später, er sei nirgendwo mit so viel Ehre empfangen und so geschätzt worden wie in Italien. Und man habe zweifelsfrei einen ausgezeichneten Ruf erworben, wenn man in Italien Opern geschrieben hatte. In gewissem Sinne und vor diesem Hintergrund gehört somit auch noch zu Italien, was Mozart zwei Jahre später nach München führte, nämlich die Komposition einer italienischen Oper. Es handelte sich um die Opera Buffa, um die komische Oper La Finta Giardiniera, die Gärtnerin aus Liebe. Für diesen Auftrag konnte Erzbischof Hieronymus freilich kaum die Erlaubnis versagen, stand er doch im besten Kontakt, persönlich wie amtlich, mit dem Fürstlichen Hof in München. Kurfürst Maximilian III., ein gutmütiger Herrscher, war selbst durchaus musikalisch. Er hatte schon früher viel Interesse für Mozarts Wirken gezeigt und war über dessen Erfolge in Italien gut im Bilde. Mozart fühlte sich wertgeschätzt und geehrt und die überzeugende Qualität des Münchner Opernhauses tat ihr Übriges, um Mozart bei dieser Aufgabe anzuspornen. Und in der Tat quälten denn auch bereits echt mozartsche Lebensbäche der anmutigsten Empfindung. Der Text war schon öfter komponiert worden, doch noch nie war eine Komposition dabei, die mit jener Mozarts zu messen gewesen wäre. Gott lobt, schrieb Mozart, selbst nach der Aufführung im Jahre 1775 in einem Brief nach Salzburg, meine Oper ist gestern in Szene gegangen und so gut ausgefallen, dass ich der Mama den Lärm unmöglich beschreiben kann. Erstens war das Theater so gestrotzt voll, dass viele Leute wieder zurück haben müssen. Nach jeder Arie war allzeit ein erschreckliches Getöse mit Klatschen und Viva Maestro schreien. Ihre Durchlauch, die Kurfürstin und die Verwitwete, welche mir vis-à-vis waren, sagten mir auch Bravo. Als die Oper aus war, so ist nichts als geklatscht und Bravo gerufen worden, bald aufgehört, bald wieder angefangen und sofort. Nachher bin ich mit meinem Papa in ein gewisses Zimmer gegangen, wo der Kurfürst durch muss und ich habe seiner durch Lauch, dem Kurfürsten und den Hoheiten die Hände geküsst, welche alle sehr gnädig waren. Heute in aller Frühe schickte seine fürstlich Gnaden Bischof von Chiemsee her und lässt mir gratulieren, dass die Oper bei allen so unvergleichlich ausgefallen ist. Der hier erwähnte Bischof von Chiemsee war zuvor Domherr in Salzburg gewesen und vermutlich war er es, der Mozart den Auftrag in München verschafft hatte. Daher zeigte er wohl auch erhöhtes Interesse und empfand große Genugtuung ob des Erfolges. Ja, der Salzburger Erzbischof selbst wurde unfreiwilliger Zeuge des Triumphes seines von ihm so wenig respektierten Konzertmeisters. Er sah zwar die Oper nicht selbst, da während seines Geschäftsbesuches in München keine Aufführung stattfand, musste aber doch, wie Leopold Mozart zu berichten wusste, von allen kurfürstlichen Herrschaften und dem ganzen Adel das Lob des Werkes Mozarts hören. Allerorts musste er feierliche Glückwünsche zu seinem Angestellten entgegennehmen. Der Erzbischof war dabei so verlegen, dass er mit nichts als einem Kopfneigen zu antworten wusste, wobei er auch die Schultern anhob. Dass jedoch dies alles dem Fortkommen Mozarts in Salzburg abermals nicht zum Vorteil gereichte, wird noch zu sehen sein. Ein Festspiel »Il Repastore«, königliche Schäfer, das zu Ehren des Aufenthaltes des Erzherzogs Maximilian Franz von Habsburg-Lothringen in Salzburg noch im selben Jahr geschrieben wurde, gehört noch zum Kreis der Jugendarbeiten des rasch gereiften Künstlers. Mozart hatte jetzt das zwanzigste Lebensjahr überschritten. Was zu lernen war, hatte er gelernt und durch praktisches Schaffen unter Beweis gestellt. Nun musste er sein Können der weitesten Welt zeigen. Der junge Mann erstrebte nun die abschließende Prüfung seiner Fähigkeiten und Taten. Gleichzeitig musste er sich nun auch alleine bewähren, da ihm der Vater hinkünftig nicht mehr permanent zur Seite stand. Zweitens die Pariser Kunstreise Bereits im Jahr 1776 klagte Mozart in einem Brief an Pater Martini in Bologna, dass er in einer Stadt lebe, wo die Musik nicht allzu glücklich mache. Beim Theater fehle es an guten Kräften, weil diese auch gut bezahlt werden wollen und die Generosität keine Salzburger Tugend sei. Mozart schreibt zu dieser Zeit Kammer- und Kirchenmusik, doch diese Stücke mussten immer sehr kurz gehalten sein, weil es der Erzbischof so verlangte. Im selben Brief bringt Mozart auch folgerichtig seinen Drang zu weiteren Kunstreisen zum Ausdruck, um den engen und beschränkenden Bedingungen in Salzburg zu entkommen. Ebenso, so sagt man, habe Mozart seine Probleme mit der Liederlichkeit und der Provinzialität der Salzburger Musiker gehabt, mit denen er zusammenarbeiten musste. In Italien und auch in München hatte Mozart ein gänzlich anderes, höher stehendes Ideal des Künstlertums kennengelernt. Die wachsenden Spannungen im Salzburger Dienst äußerten sich auch im neuerlichen Versuch Leopold Mozarts, durch seine Beziehungen seinem Sohn eine Anstellung in Wien zu verschaffen, was jedoch aber abermals nicht gelang. Doch schlussendlich war es der Erzbischof höchstpersönlich, der Mozart für längere Zeit aus Salzburg vertrieb. Er verweigerte weitere Urlaubszeiten, die bitter nötig gewesen wären. Einerseits konnte sich Mozarts Kunst vor allem im Bereich der Oper bloß außerhalb Salzburgs entwickeln und beweisen, andererseits reichte die Besoldung durch das Erzbistum einfach nicht zum Leben. Eine Anstellung, die eine würdige Existenz ermöglicht hätte, war hier nicht zu bekommen. Hinzu kam, dass der strenge, oft herablassene Erzbischof in keinster Weise zu würdigen wusste, ja keineswegs sich auch nur ansatzweise im Klaren war, was er an einem einzigartigen Künstler wie Mozart hatte. Als schließlich offensichtlich wurde, dass Mozarts Urlaubsgesuche in fast tyrannischer Weise nie genehmigt werden würden, brachte dies das permanent brodelnde Fass zum Überlaufen. Es kam zum ersten Bruch. Der bereits verzweifelte Mozart reichte 1777 sein Abschiedsgesuch ein und bat um die Entlassung aus der Salzburger Hofkapelle. Es war eine Trennung im schlechtesten Einvernehmen und beinahe hätte Mozarts Zerwürfnis mit dem Erzbischof auch den Vater die Stellung gekostet. Mozarts erstes Reiseziel, nachdem er Salzburg nun also verlassen konnte, war München, wo er zuvor 1775 mit seiner Oper La Finta Giardiniera einen so großen Erfolg gefeiert hatte. Er konnte bei diesem Aufenthalt auch offen mit dem Kurfürsten über eine mögliche fixe Anstellung sprechen, doch dieser musste, durchaus zu seinem Bedauern, wie er ehrlich versicherte, jedoch Mozarts Ansuchen abschlägig beantworten, da einfach keine Stelle frei sei. Dies ist etwas, was Mozart zeitlebens begleiten sollte. Immer waren für ihn alle Stellen bereits besetzt. Zumindest alle, die sowohl das materielle Auskommen wie die künstlerische Freiheit garantiert hätten. Am 11. Oktober 1777 nach einem zweiwöchigen Aufenthalt verließ Mozart München also wieder ohne Ergebnis. Die schönen Worte, Lobsprüche und Bravissimo zahlen weder Postmeister noch Wirte, ermahnte der Vater in einem Brief. Denn aufs Geld einnehmen muss alle Bemühung gehen und aller Bedacht auf wenig Ausgaben so viel es möglich ist, heißt es hier weiter. Die Absicht der Reise und zwar die notwendige Absicht war, ist und muss sein, einen Dienst zu bekommen oder Geld zu erwerben. Dies war jedoch auch bei der nächsten Station der wohlhabenden Reichsstadt Augsburg zugleich des Vaters Geburtsort nicht der Fall. Sie fanden zwar herzliche Aufnahmen bei des Vaters Bruder, der wie der Großvater Buchbinder war und auch gewannen wie immer Mozarts Spiel und Komposition die lebhafteste private und öffentliche Anerkennung. Doch zu einem Konzert reichte es nicht. Die Augsburger Patrizier waren knapp bei Kasse. Als dann aber doch zumindest die protestantischen Patrizier Mozart für einen musikalischen Abend in der Bauernstube Akademie engagierten, da betrug der Lohn gerade einmal zwei Dukaten. Aber ein Denkmal hat er dieser alten überkommenen Reichsstädterei gesetzt, wie es nicht treffender gedacht werden kann. Allzu erhöhtes Selbstbewusstsein und das sich genügen lassen am überkommenen Besitz und seinen Ehren. Mozart ließ in seinen Briefen nach Salzburg kaum ein gutes Haar an den Augsburgern und er erheiterte sich recht innig über solcher Welt Beschränktheit. Besonders Iro Gnaden, der Herr Stadtpfleger von Langenmantel mit seinem gestärzten Herrn Sohne und der langhackigten jungen Frau kommen hier bei der bekannten schlimmen Zunge der Mozarts umso böser weg, als Wolfgang wohl hätte hoffen dürfen, in der Geburtsstadt seines Vaters eine geziemende Aufnahme zu finden. Auch der goldene Sporn des Papstes reizte diese freien Bürger mehr, als er ihnen zu Bewusstsein brachte, welche Ehren ein so junger Künstler bereits gewonnen hatte, und dass er dadurch an Stand einem jeden der Herren ebenbürtig war. Besonders ein Offizier der Seligen Reichsarmee läuft dabei schlimm an und erfährt, dass mit Mozart nicht wohl zu spaßen war. So oft ich an deiner Reise nach Augsburg dachte, schreibt Leopold Mozart wiederum seinerseits an den Sohn, so oft fielen mir Wielands Abderiten ein, man muss doch, was man im Lesen für pures Ideal hält, Gelegenheit haben, in Natura zu sehen. Der Herr Stadtpfleger sei eben gar sehr an den Respekt der Bürger vor ihrem regierenden Schellenkönig gewohnt. Mozart aber hatte hier die beste Gelegenheit zu studien, wie sie der Künstler braucht, um wirklich nach dem Leben zu malen. Bei dem brutalen, sich selbst überstürzenden und lächerlichen Hochmut des Osmin in der Entführung aus dem Serai werden wir solcher Erlebnisse gedenken. Heiter, vergnügt und so recht nach Mozarts Sinn war hingegen der Verkehr im Hause des Onkels, wo die 18-jährige Nichte, das Bäsle, zu einer kleinen Herzensübung dient, die nachher eine Reihe spaßhafter Briefe erzeugt. Das kann ich sagen, wenn nicht so ein braver Herr Onkel und Tante und ein so liebes Bäsle da wären, so reute es mich, so viel ich Haare auf dem Kopf habe, dass ich nach Augsburg bin, schreibt Mozart. Das aber sei wahr, die zwei sie ist auch ein bisschen schlimm. Wir foppen die Leute miteinander, dass es lustig ist. So ist denn auch der Abschied von der Cousine das einzig Traurige bei der Weiterreise. Nach dem Verlassen Augsburgs und der Ankunft am nächsten Zielort schreibt Mozart, wie mir Mannheim gefällt, so gut einem ein Ort ohne Bäsle gefallen kann. Das nächste Ziel des Reisenden war also Mannheim, die Residenz belgerisch-üppingen Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz. Zwei Begegnungen in Mannheim waren für sein weiteres Leben und Wirken von besonderer Bedeutung. Die eine Begegnung war jene mit dem Leiter des berühmten kurfürstlichen Orchesters Johann Christian Cannabich. Der Kontakt mit dem Mannheimer Orchester und seinem Kapellmeister, die sich intensiv um die Schaffung einer deutschen Oper bemühten, war äußerst fruchtbar für Mozarts weitere zu den verlumpten, wie er selbst sagte, Salzburger Musikern waren für Mozart die professionellen Mitglieder dieses Orchesters. Und auch umgekehrt wurde Mozart durchaus gewürdigt. Seine Mutter schrieb damals nach Hause an den Gatten, Du kannst dir nicht vorstellen, wie der Wolfgang hier hoch geschätzt wird, sowohl bei der Musik als auch bei anderen. Sie sagen alle, dass er seinesgleichen nicht hat. Seine Kompositionen tun sie völlig vergöttern. Die andere Begegnung ergab sich folgendermaßen. Schon in der ersten Woche seines Aufenthalts in Mannheim hatte der Hof Mozart gehört. Er spielt unvergleichlich, hatte der Kurfürst zu ihm gesagt. Kurz darauf sprach Mozart, wie er selbst berichtete den Kurfürsten, wie seinen guten Freund. Und dieser begann Ich habe gehört, er hat zum Mönchen eine Oper geschrieben. Ja, ehrwürdige durchlaucht, entgegnete Mozart. Ich empfehle mich zu höchster Gnade, mein größter Wunsch wäre, hier eine Oper zu schreiben. Ich bitte mich nicht ganz zu vergessen, ich kann Lob und Dank auch Deutsch. Das kann leicht geschehen, antwortete darauf, der Fürst blieb jedoch unverbindlich. So richtete sich Mozart offnungsfroh für einen längeren Aufenthalt ein, nahm Schüler an und schrieb für sie, so etwa auch für Cannabis schöne Tochter Rosa, Sonaten oder Variationen. Dazu bedurfte er eines Abschreibers. Das Kopieren aber war, wie er dem Vater einmal klagte, in Mannheim sehr teuer und so war Mozart, dem das Abschreiben eigener Sachen ein wirkliches Gräuel war, sehr froh nach einiger Zeit, es war zu Anfang des Jahres 1778 einen Mann zu finden, der ihm dies unentgeltlich verrichtete. Als Gegenleistung hatte er dafür ebenso unentgeltlich seine Tochter zu unterrichten. Dieser Mann war Fridolin Weber, der Onkel Karl Maria von Webers, der jedoch erst 1786 geboren werden sollte. damals so Fleur und Kopist am Mannheimer Theater, seine zu unterrichtende Tochter hieß Aloysia, die später unter dem Nachnamen lange eine berühmte Sängerin wurde. Sie war Mozarts erste große Liebe. Die Familie Weber hatte schon bessere Tage gesehen, denn nicht zuletzt des Vaters Leidenschaft für die Musik führte dazu, dass sechs Kinder jahrelang mit einem Lohn von 350 Mark durchgebracht werden mussten. Doch immerhin verwendete Fridolin Weber sein musikalisches Wissen so gut, dass seine zweitälteste Tochter Aloysia, die Mozart nun unterrichten sollte, mit ihren 15 Jahren bereits ausgezeichnet sang, am Theater mitwirkte und so des Vaters Gehalt sogar verdoppeln konnte. Fühlte sich Mozart hier schon sozusagen musikalisch zu Hause, denn die älteste Tochter wurde später jene Josepha Hofer, für die die Königin der Nacht in der Zauberflöte geschrieben wurde, so wurde obendrein auch rasch Mozarts Herz in Mitleidenschaft gezogen. Es geht ihr nichts ab, schreibt Mozart bewundert über Aloysia. Als die Aktion, dann kann sie auf jedem Theater die Prima Donner machen. Ihr Vater ist ein grundehrlich deutscher Mann, der seine Kinder gut erzieht und dieses eben ist die Ursache, warum das Mädel hier verfolgt wird. Bezüglich einer Produktion für die Prinzessin von Oranien sagt Mozart über Aloysias Auftritt Ich übergehe ihr Singen mit einem Wort vortrefflich und abschließend über die gesamte Familie Weber Ich habe das unaussprechliche Vergnügen mit Grundehrlichen und gut christlichen Leuten in Bekanntschaft gekommen zu sein. Mir ist leid genug, dass ich sie nicht schon lange kenne. Die hier geäußerte Zuneigung ist vielsagend. Mozart widmete der Familie Weber fortan fast jede Musestunde. Er studierte mit der jungen Aloysia alle seine Arien ein, verschaffte ihr Gelegenheit, sich hören zu lassen und hatte die Genugtuung, dass selbst der damals in Mannheim wirkende Anton Raaf, der bedeutendste Tenor seiner Zeit, bald meinte, Aloysia singe nicht wie eine Schülerin, sondern wie eine Meisterin. Eine Begebenheit aber ist uns hier von entscheidender Bedeutung, weil sie unmittelbar in Mozarts Tun und seine Entwicklung als Künstler eingreift. Er war daran gegangen, besagtem Anton Raaf, um ihn bei der etwa bevorstehenden Oper für sich zu gewinnen, eine Arie zu schreiben. Aber gleich der Anfang, erzählte Mozart voller Unbefangenheit selbst, schien mir für den Raaf zu hoch und um ihn zu ändern, gefiel er mir zu sehr, Mithin entschloss ich mich, diese Arie für die Weberin zu machen. Ich legte sie beiseite und nahm andere Worte für den Raaf vor. Ja, da war es umsonst, ich hätte unmöglich schreiben können, die erste Arie kam mir wieder in den Kopf. Mithin schrieb ich sie und nahm mir vor, sie akkurat für die Weberin zu machen. Und was enthielten diese Worte, die er nur genommen hatte, weil ihm eine auf denselben Text komponierte Arie vom Londoner Bach Johann Christian so gut gefallen hatte und stets in den Ohren war und um zu versuchen, ob er nicht trotz allem imstande sei, eine Arie zu schreiben, die der von Bach gar nicht gleiche. Was waren diese Worte? Ein König will einen Jüngling zum Henker führen lassen, der einen Anschlag auf sein Leben versucht, aber plötzlich, als er ihn ansieht, ruft der König aus, was ist's, was mich ergreift? Sein Antlitz, sein Auge, seine Stimme, mein Herz bebt, jede Fieber zittert, in all meinen Gefühlen suche ich die Ursache und finde keine, was ist's, oh Gott, was ist's, was ich empfinde? Und darauf folgt nun die eigentliche Arie, non so don de viene. Ich weiß nicht, woher mir dies zärtliche Empfinden kommt, solch jähen Wechsel zu erwecken, genügt nicht das bloße Mitleid. War dies nicht Mozarts eigener innerer Zustand? Erwähnte einzig das Mitleid mit der Lage der Weber'schen Familie und höchstens das Interesse für die schöne reine Stimme. Und solches Können in solcher Jugend fesseln sein Herz an dieses Haus. Und es sind die ungeahnten Tiefen, die das erste Gefühl der Liebe in uns auftut. Die Wunder, der Zauber, das Zittern, das Glühen, das Jauchzen, die schwebende Seligkeit des Innern, die uns zum ersten Mal ahnungsvoll, sehnsüchtig uns selbst erschließen und in heißer Erhebung unseres tiefsten Inneren jeden Tropfen Blutes neu in uns zu gebären scheinen. In solch einem Zustand sang er, wie wir begreifen, dieses Non so don de Viene, nicht als Musiker, nicht als Künstler, sondern aus jenem vollen Drang des Herzens, der in letzter Instanz oft alles wahre Leben erzeugt. Und wie Pygmalion in solchem glühenden Drang den Stein erweichte, so schmolz auch er in diesem ersten Feuer der vollsten und menschlichsten Empfindung die elementare Substanz der Musik und gab ihr, was sie bisher stets nur vereinzelt und mehr zufällig gezeigt hatte, den seelischen Ausdruck, das heißt das Sinnesbedeutende in jedem Ton. Es ist kaum möglich, vor Mozart etwas von diesem tief lebendig beseelten und allerpersönlichsten Empfindungsausdruck zu finden, wie ihn diese Arie Non so don aufweist. Sie steht wie das Porträt Aloysias selbst. Es spricht hier förmlich alles, spricht eine Sprache, die deutlicher und verständlicher ist als Worte. Das ist die höchste, die allerhöchste Wirkung der Kunst. Das ist der Augenblick, wo sie ein zweites, ein ideal verklärtes Leben wird. Und Mozart hat diese neue Weise, diese neue Sprache, die er damit seiner Kunst schenkte, nie mehr verlassen. Er hat sie aber noch verschönert, erfüllt, vertieft, bis zu jenem Seelenausdruck, wo wie in den Weisen der Zauberflöte die Seele selbst vor dem Angesicht ihres Schöpfers steht und in stiller Beseeligung fühlt, dass sie das Ebenbild Gottes und sein ewiger Mitanteil ist. Drittens Idomineo 1777 bis 1781 Die Bahn Mozarts geht fortan durchaus des Lebens gewundene Wege. Enttäuschung folgt auf Enttäuschung. Erste Leiden und Schmerzen treten ein. Sie weisen auf ein höheres Ziel als bloße nächste Lebenserfolge und die schärfsten Prüfungen des Herzens geben diesem selbst einen über die eigenen Interessen hinausreichenden Gehalt, der auch erst den vollen Wert des Künstlers ausmacht. Man würde nämlich sehr irren, wenn man glaubte, Mozart sei damals völlig in der entflammten Liebe aufgegangen. Er vergaß seine über die eigene zufällige Person hinausgehende Bestimmung nicht und selbst in diesem Herzensverhältnis ist als wesentliche Seite noch seine Kunst einwirkend. Mit dieser Arie hat meine liebe Weber sich und mir unbeschreibliche Ehre gemacht. Alle haben gesagt, dass sie noch keine Arie so gerührt hat wie diese. Sie hat sie aber auch gesungen, wie man sie singen soll, schreibt ein Vater. Und doch hatte sie die Arie von sich selbst gelernt und sang sie nach ihrem Geschmack. Wie musste Aloysia also schon gebildet und welch guter Lehrmeister musste dieser junge Komponist sein? Aloysia hatte später mehr als irgendeine andere Sängerin die Musik Mozarts in fernere Weiten getragen und verstehen gelehrt. Und dies war nötig. Denn auch Mozarts Melodien, die uns heute so allgemein verständlich erscheinen, hatten in ihrer Zeit oft einen schweren Stand und wurden erst sehr allmählich den ungleich matteren anderen Weisen der Zeit vorgezogen. Auch jetzt hatte Mozart aber weiterhin die erhoffte Oper für Mannheim im Auge, die also neben dem ersten Tenor vor allem auch bereits eine prima Donner gehabt hätte. Doch auch hier erwiesen sich die Hoffnungen als trügerisch. Mozart glaubte die ganze Zeit hindurch noch an die sichere Absicht des Kurfürsten, ihm mindestens eine deutsche Oper aufzutragen. Eine solche Günther von Schwarzburg von Ignaz Holzbauer hörte Mozart hier und was würde erst er selbst mit Künstlern wie Raph und seiner Aloysier unter Leitung eines Cannabis zu Wege gebracht haben. Nichtsdestotrotz lernte Mozart in Mannheim, was einem wirklich guten Orchester zuzumuten war, so wie er einst in Italien gelernt hatte, für den Gesang zu schreiben. Als sich nun die Aussichten auf die Oper zerschlugen, wäre es das Natürlichste für Mozart gewesen, baldigst weiterzureisen, zumal ja jetzt auch Paris nicht mehr so weit entfernt war. Es hatten ihm schon drei Bläser des Orchesters den Vorschlag unterbreitet, mit ihnen für kurze Zeit nach Paris zu gehen, um dort gemeinschaftliche Konzerte zu geben. Ihr Einfluss, meinten sie, würde ihm auch zu jeder Art Komposition, und selbst zu einer Oper verhelfen. Und um Mozart zunächst wenigstens noch in Mannheim zu halten, trachteten sie danach, ihm Kompositionen und Stunden zu verschaffen. Nun begab sich jedoch ein Ereignis, das Mozart doppelt fesselte, die Einstudierung einer zweiten deutschen Oper der Rosamunde von Anton Schweitzer, die nach einem Libretto von Christoph Martin Wieland entstanden war. Es ist von Interesse, Mozart hier in seiner vollen Unbefangenheit im Urteil über andere berühmte Männer seiner Zeit kennenzulernen. Mozart urteilte »Eine ziemlich kindische Stimme, eine gewisse gelehrte Grobheit und doch zuweilen dumme Herablassungen. Das sind nicht gerade schmeichelhafte Prädikate. Doch entschuldigt er den Dichter, da die Mannheimer ihn so ansehen, als wenn er vom Himmel herabgefallen wäre. Über ihn sagt Mozart »Der Herr Wieland ist, nachdem er mich nur zweimal gehört hat, ganz bezaubert. Er sagte das letzte Mal nach allen möglichen Lobsprüchen zu mir, es ist ein rechtes Glück für mich, dass ich sie hier angetroffen habe« und drückte meine Hand. Wieland war durch seinen Aufruf in dem Versuch über das deutsche Singspiel im deutschen Merkur von 1775 der Hauptvertreter der Bestrebungen um ein Nationalsingspiel geworden und so ist Mozarts Begegnung mit ihm für diesen doppelt bedeutsam und anregend gewesen. Die Aufführung der Rosamunde wurde jedoch durch den plötzlichen Tod des Kurfürsten Maximilian III. von Bayern verhindert, da Karl Theodor um Neujahr nach München reiste, sie wurde erst 1780 nachgeholt. Doch allein die Idee einer deutschen Oper blieb fortan eine treibende Kraft in Mozarts bestreben. Er schreibt schon in diesen Tagen von der Absicht Kaiser Josefs II. auch in Wien das deutsche Singspiel zu fördern und dass derselbe mit allem Ernst einen jungen Kapellmeister suche, der die deutsche Sprache und Genie habe, so wie im Stande sei, etwas Neues auf die Welt zu bringen. Ich glaube, das wäre so eine Sache für mich, ruft der spätere Komponist der Entführung aus dem Serai und der Zauberflöte dabei aus. Vorerst wurde aus dieser Sache jedoch nichts, so sehr Mozart in seiner persönlichen Lebenslage eine derartige Stellung wünschen musste. Hingegen verfiel Mozart nun auf gänzlich andere Pläne und da diese eine sehr nachdrückliche Rüttelung und Schüttelung seines ganzen inneren Wesens zur Folge hatten, sind sie hier von Bedeutung und sie werfen ein gänzlich anderes Licht auf das Verhältnis Mozarts zur Familie, seiner lieben Weber. Leopold Mozart, der in Salzburg in der Gewissheit der Weiterreise seines Sohnes nach Paris lebte und diesem bereits eine Reihe guter Ratschläge übermittelt hatte, auch wie er die Mutter am besten nach Augsburg zurückbringe, erhält nun nämlich plötzlich die Nachricht, sein Sohn ginge nicht nach Paris. Die französisch Lebensart ließ Mozart wissen, gefalle ihm nicht. Auch wisse er nicht recht, was er in Paris zu tun habe, zum Stundengeben sei er nicht auf der Welt. Ich bin ein Komponist und ich bin zu einem Kapellmeister geboren. Ich darf mein Talent, welches mir der gütige Gott so reichlich gegeben hat, ich darf ohne Hochmut so sagen, denn ich fühle es jetzt mehr als jemals nicht so vergraben und das würde ich durch die vielen Schüler. Aber was wollte er dann? Warum betonte er dieses sein Talent hier so? Er wollte mit Aloysia ihrem Vater und einer weiteren seiner Töchter nach Italien gehen und dort Opern schreiben, in denen Aloysia als Primadonna fungieren sollte. Der Gedanke einer armen Familie ohne sich Schaden zu tun aufzuhelfen vergnügt mich in der Seele, schreibt er, und sein ganzes Herz liegt vor uns. Freilich zu solch aufrichtigem Wohltätigkeitssinn kommt nur bald bewusst der Wunsch bei dem Mädchen bleiben und sie am Ende gar auf diesem Wege der Berühmtheit und ergiebigen Tätigkeit eines italienischen Opernkomponisten ganz sein nennen zu können. Denn das ist wieder eine Gelegenheit, sonst weiter nichts, hatte er schon Wochen vorher über einen Salzburger Freund geschrieben. So möchte ich nicht heiraten, ich will meine Frau glücklich machen und nicht mein Glück durch sie machen. Zunächst wollten sie miteinander Mozart, Aloysia und ihr Vater Fridolin Weber auf Konzerte reisen. Wenn ich mit ihm reise, so ist es gerade so viel, als wenn ich mit ihnen reiste, vernimmt Leopold Mozart über sein Verhältnis zu Weber. Mozart hat und ganz ihnen gleicht und ganz ihren Charakter und ihre Denkungsart hat. Ich durfte mich um nichts bekümmern. Was zerrissen war, fand ich geflickt mit einem Wort, ich war bedient wie ein Fürst. Ich habe diese bedrückte Familie so lieb, dass ich nichts mehr wünsche, als wie ich sie glücklich machen könnte. Und vielleicht kann ich es. Mozart hatte also in Erinnerung seiner dortigen Siegeszüge selbst die Idee der Italienreise geboren und der Vater soll nun je eher je lieber an die alten Verbindungen wieder anknüpfen, sodass man recht bald irgendwo die Saisonoper erhalte. Für Aloysias Singen versichert Mozart seinem Vater stehe er mit seinem Leben, dass sie ihm gewiss Ehre mache. Sie wissen mein größtes Anliegen Opern zu schreiben, schließt Mozart diesbezügliches Schreiben an den Vater. Ich bin jedem vor Verdruss neidig, der eine schreibt. Ich möchte ordentlich weinen, wenn ich eine Arie höre oder sehe. Nun habe ich alles geschrieben, wie es mir ums Herz ist. Ich küsse ihnen tausendmal die Hände und bin bis in den Tod ihr gehörsamer Sohn W.A. Mozart. Mozarts Mutter fügte den Schreiben ihres und Gatten wissen lässt, dass ihr Wolfgang wahrlich alles für die Familie Weber gebe, dass es wahr sei, dass Aloysia unvergleichlich singe und dass ihr selbst die Frankreich reise ohne dies nie recht war. Und Mozart, so ergänzt sie, habe nach der Bekanntschaft mit dieser Familie sogleich alle Pläne wegen Paris verworfen. Der kluge Leopold Mozart, den seines Sohnes Plan, mit fremden Menschen in der Welt umherzureisen, fast von Sinnen brachte, begann in seinem Antwortschreiben damit, dem Sohn möglichst klar und besonnen, sein ganzes bisher fast nutzloses Tun auf der Reise vorzuhalten und ihm dann die Unausführbarkeit seiner Absicht mit tausend Gründen klarzumachen. Überall redet in dem Brief die treue Liebe wie die maßvolle Besonnenheit. Doch macht er von seinem väterlichen Recht den vollsten Gebrauch und wendet auch manchmal die scharfe Ironie der mozartischen Natur an. Nur an seinem zu guten Herzen und seiner Leichtläubigkeit erkenne er seinen Sohn wieder, beginnt es, es komme jetzt allein auf ihn an, sich nach und nach in eines der größten Ansehen zu erheben, das je ein Tonkünstler genossen. Und dies sei er seinem Talent schuldig, oder wolle er etwa von einer Frau eingeschäfert mit einer Stube voll notleidender Kinder sterben? Der Vorschlag mit Herrn Weber und notabene zwei Töchtern herumzureisen, hätte mich beinahe um meine Vernunft gebracht, schrieb Beopold Mozart nach Mannheim. So leichtsinnig seine und der Eltern Ehre aufs Spiel zu setzen. Und wie solle ein so junges Mädchen plötzlich zu Erfolgen in Italien gelangen, wo doch die größten Sängerinnen seien? Zudem drohe jetzt Krieg wegen der bayerischen Erbfolge und überhaupt seien solche Pläne nur für kleine Lichter, für Halbkomponisten, für Schmierer. Fort mit dir nach Paris, setze dich großen Leuten an die Seite, out Caesar, out Nihil, der einzige Gedanke Paris zu sehen, hätte dich vor allen fliegenden Einfällen bewahren sollen, so rufte ihm zuletzt energisch genug zu. Mozart war überaus unwohl, als er diesen Brief seines Vaters erhielt. All seine heiligsten Empfindungen waren hier angerührt, seine kindliche Liebe, sein Pflichtgefühl, seine Ehre und sein künstlerischer Stolz. Nur einen Punkt hatte der Vater wohl weislich unberührt gelassen, seine Liebe, denn hier wäre sein Sohn taub gewesen. Doch hält er ihm all die wechselnden Neigungen vor, die Bewunderung für die kleine Kaiserin in München, das Spiel mit dem Bäsle, das Andante für die liebe Rosa Cannabich. So beugt sich denn Mozarts kindliches Gefühl unter den Willen wie seine Unerfahrenheit unter die erprobte Klugheit des Vaters. Er habe alles nur aus Eifer für die Familie getan, antwortet Mozart schließlich dem Vater. Er bitte alles von ihm zu glauben, was er wolle, nur nichts Schlechtes. Ich bin ein Mozart, aber ein junger und gut denkender Mozart. Und zuletzt dringt die volle Sonne Zutrauen der Liebe wieder hervor. Nach Gott kommt gleich der Papa, das war als Kind mein Wahlspruch und bei dem bleibe ich noch. Die Abreise nach Paris wurde dann auch sofort vorbereitet und nach kurzer Zeit schon treffen Mozart und seine Mutter dort ein. Die Klaviersonate in A-Moll, die das Datum Paris 1778 trägt, sagt durch ihre energischen Rhythmen und die leidenschaftliche Klage des Finales mehr als alles, was in Mozart damals vorgegangen ist. Es ist die unmittelbarste Sprache eines in Leid zuckenden Herzens und stellt wie kurz zuvor die Arie non so don de Viene ein neu erobertes Gebiet dichterischen Ausdruckes in bloßen Tönen dar. Und überhaupt finden wir Mozart nach diesen ernsten Klängen mit dem geliebten Vater in seinem Charakter merklich gereift. Der jähe Tod der Mutter in Paris aber hob diesen Ernst des Gemüts noch höher empor. Es folgte dann die schmerzliche Enttäuschung, dass auch die Liebe der schönen Aleusia eine sterbliche gewesen ist. Und zuletzt musste er abermals sich dies sind die Ereignisse und Erhebungen, die uns auf das erste echte Meisterwerk des Künstlers, auf den Edomineo führen. Aber den Spuren der Prüfung in dieser Mannheimer Tage, namentlich der vollen Erkenntnis des hehren Wertes väterlich waltender Liebe, wie er es damals am entscheidendsten erfahren hat, werden wir noch in seinen späten Tagen begegnen, doch gehen wir zunächst der Reihe nach vor. Ich habe in dich, mein lieber Wolfgang, nicht das geringste Misstrauen, sondern ich setze in deine kindliche Liebe alles Vertrauen und alle Hoffnungen. Ich gebe dir von Herzen den väterlichen Segen und bin bis in den Tod dein getreuer Vater und sicherster Freund. So hatte jetzt der heimliche Abschiedsgruß des Vaters vor der Reise in fremdes Land gelautet. Ich muss sagen, dass alle, die mich kannten, sehr unwillig und betrübt über meine Abreise waren, berichtet Mozart über die Stimmung in Mannheim. Aloysia hatte ihm aus gutem Herzen ein kleines Andenken gestickt. Sie weinten alle, als unser bester Freund, unser Wohltäter wegging und ich bitte um Verzeihung, aber mir kommen die Tränen in die Augen, wenn ich daran denke, erzählte Mozart. Doch hatte er des Vaters Willen erfüllt und erfuhr zudem bald in Paris selbst die Freude, dass Raph, der ebenfalls dorthin gegangen war, ihm versprach, für die Zukunft seiner lieben Weberin zu sorgen. In Paris selbst waren für Mozart zunächst bloß Unbehagen und Enttäuschung zu finden. Die dortige Art der Musik war ihm wenig genehm, die italienischen Arien wurden verzerrt und die heimische Plärerei, wie er es nannte, widerstand seiner musikalischen Empfindung, die eben zunächst auf den Reiz des Schönen gerichtet war. Und doch war damals in Paris die große Zeit, wo in der Musik der Kampf der Gluckisten und Piccinisten ausgetragen wurde, als Christoph Willibald Gluck also versuchte, mit Werken wie Ephigenie in Aulis das starre Konzept der metastasianischen Oper zu überwinden und Niccolo Piccini als Widerpart entgegengestellt wurde. Gefühlsmäßig mag Mozart hier zunächst an der italienischen Oper gegangen haben, zuletzt hat ihn unwillkürlich aber doch die neue französische Oper, die der deutsche Gluck initiierte, überaus beeindruckt. Dies nicht zuletzt, neben den sozusagen technischen Details, auch aufgrund ihrer in der Regel sehr ernsthaften Ausrichtung. In Frankreich, so berichtete Mozart nach Hause, sei selbst aus der komischen Oper alles allzu Possenhafte gestrichen. Schlussendlich war Mozarts eigener Gewinn in Paris nicht äußerer Natur in Form von Aufträgen oder Verdiensten, sondern innerer Natur, was ihm Halt und Aufrichtigkeit schenkte. Und zehn Jahre vor Beginn der Französischen Revolution fühlt Mozart in Paris auch das bereits kräftige politische Leben im Bürgertum Frankreichs. Was zur gesamten politischen Misere in den deutschen Ländern und Italien im krassesten Gegensatz. Die Einzelheiten von Mozart's Aufenthalt in Paris findet man nun wieder in großer Lebendigkeit und oft drastischer Anschaulichkeit in seinen eigenen Briefen. Sie bilden ein Stück Kultur und Kunstleben des damaligen Paris. Der Tod der Mutter freilich, der eine Folge der ungewohnten Lebensweise und der vielen Bedrückungen war, bringt zunächst eine schmerzliche Verwirrung in Mozart's Dasein. Doch der Rückhalt durch des Vaters Nachrichten und gar die Aussicht für Paris eine Oper zu schreiben, bringt neuen Lauf in das seit langem stockende Blut des jungen Künstlers. Heiter bekundet sich dies in der sogenannten französischen Symphonie, die er eben damals schrieb, und wir vernehmen, welcher zwar rein äußerliche, aber doch dem Leben entsprungene Anlass ihr den so besonders lebhaften Ton gab, es war der Charakter der Franzosen selbst, der vor allem auf Leben und Anschaulichkeit gerichtet ist. Schon von einer demgemäß lebhaften Passage, wie im ersten Satze, wurden alle Zuhörer hingerissen. Im Finale aber erlaubt er sich mit diesem musikalisch noch recht naiven Publikum einen Spaß wie später Haydn in London mit dem Paukenschlag, der die in der Verdauung begriffenen Gentleman plötzlich Aufmerken machen sollte. Er lässt im Gegensatz zur dortigen Sitte zwei Geigen allein Piano anfangen? Darauf kam sogleich ein Pforte. So hat Mozart die Mannheimer Steigerungseffekte hier sofort zu verwenden gewusst. Doch ansonsten hatte Mozart kaum etwas zu bestellen in Paris. Er konnte keine weiteren Aufführungen verbuchen und musste sich abermals mit mühsamen Musikstunden für Schüler aushelfen. Ein Freund vom früheren Aufenthalt in Paris her, der Enzyklopädist Grimm, nützt ihm diesmal ebenfalls nicht viel. Denn Mozart war offenkundig nicht der richtige Mann, sich in einer solchen Stadt, in einer solchen Gesellschaft zurechtzufinden. Grimm schreibt auch dem Vater, Mozart sei zu treuherzig, zu wenig aktiv, zu leicht gefangen und zu wenig in den Mitteln geübt, die zum Erfolg führen. Freilich war dies eben Mozarts Natur, dass ihm die oft niedrigen Mittel und Wege der Welt nicht sehr geläufig waren und sie blieben es zeitlebens. Und da es nun auch mit der Oper nichts wurde, so musste der Vater wünschen, dass Mozart bald Paris wieder ganz verlasse, dass er ohnehin für ihn ohne Mutter geradezu als gefährlich erachtete. Einstweilen war in Salzburg eine Kapellmeisterstelle frei geworden und man wandte sich jetzt zunächst auf Umwegen, dann unmittelbar an Leopold Mozart, der diese Stelle für seinen Sohn gerne in Betracht zog. Und was diente ihm als Köder, um seinen Sohn wieder ins ungeliebte Salzburg zu locken? Aloysia Weber. Der Erzbischof wünschte sich auch eine Sängerin und Mozart hatte sie ohnehin schon dem Vater dringend ans Herz gelegt. Doch Mozart wollte sich zunächst nicht darauf einlassen. Als aber dann die Stellung für ihn wirklich und unter entsprechenderen Bedingungen als früher vereinbart werden konnte und es hieß Aloysia gefiele dem Fürsten und allen erstaunlich, da trat seine Abneigung gegen Salzburg und dessen harten und ungerechten Fürsten zurück. Doch nur die bestimmte Zusicherung des Urlaubs zu reisen überzeugte ihn schließlich zur Gänze. Denn, sagt Mozart, Ein Mensch von mittelmäßigem Talent bleibt immer mittelmäßig, er mag reisen oder nicht. Ein Mensch von superiörem Talent, welches ich mir selbst, ohne gottlos zu sein, nicht absprechen kann, wird schlecht, wenn er immer in demselben Orte bleibt. Doch in der Zwischenzeit war Aloysia bereits in München angestellt worden, wo mittlerweile Karl Theodor Kurfürst war. Mozart erfuhr dies noch vor seiner bereits geplanten Abreise aus Paris und mit einem Schlag erwachte wieder seine ganze Abneigung gegen Salzburg. Er wollte nun selbst unbedingt in München eine Anstellung finden, doch diesmal verstand der Vater keinen Spaß, da bei einem Rücktritt seines Sohnes von der vereinbarten Stelle auch seine eigene Stellung und damit der gesamte Verdienst der Familie auf dem Spiel stand. Leopold Mozart befahl seinen Sohn unmissverständlich nach Salzburg zurück. Mozart gehorchte natürlich, doch ging die Reise sehr langsam vonstatten. Denn warum eilen? Zunächst in Straßburg und dann in Mannheim machte er länger Station, wobei er Letzteres dem Vater gegenüber verheimlichte. Doch seine Hoffnung, dort noch die Familie Weber anzutreffen, wurde ohne dies nicht erfüllt. Also ging Mozarts Reise weiter nach München, wo er Friedolin Weber mit seinen Töchtern fand und auch bei ihnen aufgenommen wurde. Doch hier sollte Mozart das persönliche Unglück wie der Schlag treffen. Aloysia, die einst um Mozart geweint hatte, schien ihn kaum wieder zu erkennen. Sie wies das Verben Mozarts, der sich mit einer italienischen Arie für Aloysia einstellte, ab. Es schien, als ob der nunmehrigen ersten Sängerin die Offiziere und Herren vom Hofe besser gefielen als der kleine Mann aus Salzburg. Mozarts Cousine, das Bäsle, kam nach München und begleitet Mozart so dann nach Salzburg, um ihn von seiner Traurigkeit ob der Treulosigkeit Aloysias abzulenken. Mitte Januar 1779 kam Mozart schließlich in Salzburg an, wo ihm sogleich das Dekret über seine neue Anstellung als Hoforganist überreicht wurde. Die Wiederbegegnung mit dem Vater aber kann nicht anders als etwas sehr Rührendes gehabt haben. Er wurde mit offenen Armen empfangen. Doch Mozart hatte schon zuvor dem Vater erklärt, ich schwöre ihnen bei meiner Ehre, dass ich Salzburg und die Salzburger nicht leiden kann. Mir ist ihre Sprache, ihre Lebensart ganz unerträglich. Ähnliches hatte er schon früher geschrieben und die Hauptursache davon lag in seiner Kunst. Wenn ich in Salzburg spiele oder etwas von meiner Komposition aufgeführt wird, so ist's, als wenn lauter Tische und Stühle die Zuhörer wären, sagt er später, und so begreift man, dass sein Gemüt dort nicht vergnügt war. Der beste Zeit Zeitvertreib war ihm in Salzburg seine Arbeit und Werke der verschiedensten Art zeigt diese Zeit in Salzburg trotz allem in Menge auf. Die Sinfonien freilich sind von ihm selbst später bedeutend übertroffen und die Messen durch das eine Requiem in den Schatten gestellt worden. Aber die Musik zu einem Trauerspiel König Tamos hat einen solch vollen inneren Hall, dass hier die Spuren tieferer Lebensprüfung durchaus zu fühlen sind. Und darum konnte Mozart den Chören daraus später auch andere Worte unterlegen und sie der Welt als Hymnen bekannt machen. Ihr Ton erinnert an die feierlich ernsten Chöre der Zauberflöte, deren Tendenz auch der Stoff des Dramas verfolgte. Der Veranlaser dieser Komposition war ein gewisser Emanuel Schikaneder, der uns eben bei besagter Zauberflöte wieder begegnen wird. Dieser war damals Theaterdirektor in Salzburg und für ihn bekam Mozart denn auch jetzt eine komische Oper zu schreiben. Sie hieß Saide. Doch dann geschah das wohl Entscheidende für den weiteren Weg Mozarts. Er erhielt von Kurfürst Karl Theodor die Einladung zur Komposition einer Oper in München. Es war Idomineo und ihr Erfolg besiegelte Mozarts ferneres Geschick. Er sah außer zu einem kurzen Besuch Salzburg nicht wieder. Gegenstand des Werkes ist das alte Jephtha Gelübde nun nach Kreta verlegt, wohin dessen König Idomineo nach der Zerstörung Trojas durch die Griechen zurückkehrt. Als sein Schiff auf der Reise in einen furchtbaren Sturm gerät, gelobt er im Falle seiner Rettung dem Meeresgott Neptun den ersten Menschen zu Opfern, der ihm in Kreta an Land begegne. Fatalerweise ist es Idomineos eigener Sohn Idamante, der auf diese Weise zum Opfer bestimmt wird. Der König will ihn daraufhin in fernen Länder entsenden, um ihn vor dem Tod zu retten, doch Neptun entfacht so dann einen noch fürchterlicheren Sturm und lässt durch ein Untier das ganze Land verwüsten. Das Volk Kretas strömt klagend zusammen und erfährt nun vom Gelübde ihres Herrschers. Als dann auch Idomante, der inzwischen das Untier erlegt hat, sein Geschick vernimmt, ist er bereit, mit seinem Leben den Zorn des Gottes zu sühnen. Da stürzt sich jedoch seine geliebte Ilia, die aus Troja verschleppt worden war, zwischen Vater und Sohn, um ihr Leben für das des Idomante zu geben. Doch als sie niederkniet, hört man ein großes unterirdisches Getöse, die Statue Neptuns erschüttert sich, der Urpriester steht starr, alles bleibt vor Furcht unbeweglich, eine tiefe majestätische Stimme verkündet den nunmehrigen Willen der Götter, Idomineo muss dem Thron entsagen, den Idomante gemeinsam mit Ilia besteigen soll. Man erkennt, es sind große und ernste menschliche Situationen, die hier vorlagen. Mozart hat es verstanden, ihnen gerecht zu werden, indem er ihren Kern fasste und die Nebensachen sein ließ. Das Ganze war freilich, obwohl einem französischen Texte entnommen, nach damaliger italienischer Opernsitte in zahlreiche Einzelstücke für Musik zerklüftet, unter denen besonders viele Arien sind, wodurch die Oper für das natürliche dramatische Gefühl nicht recht genießbar ist. Allein diese einzelnen Stücke selbst mögen sie Jammer oder Schrecken, Freude und Zärtlichkeit oder was sonst die Situation bietet, vereinzelt oder gemischt auszudrücken haben, sind stets mit großer Sicherheit von diesem Ausdruck erfüllt und dazu oft mit einem wahren Füllhorn von musikalischer Schönheit überschüttet. Die Hauptsache waren einzelne gewaltige Szenen, die sich wirklich dramatisch darstellen und hier zeigt sich Mozart als Meister der Bühne und im Besitz der Gluckschen Neuerungen, nicht Sieg walten zu lassen und zwar diese als erhöhtesten Ausdruck der Poesie, das heißt der dramatischen Szene, die sich da vor uns abspielt. Seine Mannheimer Künstler, Sänger wie Orchester fand Mozart für den Idumineo in München wieder, außer Aloysia, die nicht lange zuvor an das neue Nationalspiel Theater nach Wien berufen worden war. Es war nach längerer Zeit das erste Mal, dass ihm wieder auf der Bühne Gelegenheit gegeben war, sich völlig zu zeigen. Glücklich und vergnügt, schreibt Mozart selbst, war schon seine Ankunft in München. Er wohnte in der Burgkasse, da, wo heute eine Bronze Tafel mit seinem Kopfrelief angebracht ist. Der Kurfürst begrüßte ihn sehr gnädig und als Mozart seinen besonderen Eifer ansprach, klopfte ihm auf die Schulter, daran habe ich keinen Zweifel, dass alles sehr gut sein wird. Und tatsächlich setzte bei der Probe schon der erste Akt alles in Freude und Erstaunen. Mozart's Vater mahnte indessen seinen Sohn von Salzburg aus, auch auf das Populäre nicht zu vergessen, das für die langen Ohren bestimmt sei. Der Künstler entgegnete freilich in seiner Oper sei Musik für alle Gattung von Leuten ausgenommen für lange Ohren. Doch hatte das Werk einige zur Handlung gehörige Ballett- Zwischenspiele, also in der Tat selbst die populärste aller Musikarten, den Tanz. Mozart's Genie erlaubt ihm der Besonderheit der Sänger trotzdem ernst der Sache manches nachzugeben, wo aber dieser entscheidend ist, wie in dem bewundernswerten großen Quartett des dritten Aktes, da hatte er seine liebe Not mit den Sängern. Je öfter er es sich auf dem Theater vorstellte, je mehr hier. Nur Raff fand es zu lang und nicht genug gesungen. Wenn ich nur eine Note wüsste, die zu ändern wäre, allein ich bin mit keiner Sache in dieser Oper so zufrieden gewesen, wie mit diesem Quartett, entgegnete Mozart. Und Raff fand sich nach eigenem Bekunden, denn auch nachher mit Vergnügen betrogen. Ebenso vergnügt mochten die vier Bläser des Mannheimer Orchesters Wendling, in der Arie der Ilja am ersten Akt obligat, das heißt in selbstständigen Melodien mitzuwirken hatten und hier bei Mozarts eigenstes Wesen freudig wiedererkennen sollten. Denn es war die tiefste innere Beglückung durch Freude und Liebe, was die Musik hier auszusprechen hatte. Und wie zuvor in dem Non so don de Viene verstand Mozart dies noch an seinem allerdings frühen Lebensabend in der Arie Dies Bildnis ist bezaubernd schön aus der Zauberflöte. An beides erinnert die Arie der Ilja. Das Quartett aber setzt Glucks bestreben jeden Individualität sich aussprechen zu lassen, die Krone auf. Selbst bei Mozart finden wir nicht viel ähnliches. Und damals war solcher musikalischer Reichtum bei scharfer Charakteristik völlig neu und unerhört. Der Kurfürst selbst sagte nach dem Donnerwetter im zweiten Akt lachend, man sollte nicht meinen, dass in einem so kleinen Kopfe sowas Großes stehe. Und nun erst die Chöre, wo beim Sturm das Volk entsetzensvoll aufschreit. Dieser Chor müsste jeden auch in der größten Sonnenhitze erschaudern lassen, meinte man im Orchester. Und doch war der dritte Akt noch ungleich reicher. Fast keine Szene, die nicht äußerst interessant wäre, sagt Mozart selbst, und hat Kopf und Hände davon so voll, dass es kein Wunder wäre, wenn er selbst zum dritten Akt würde. Er meint aber auch, dass derselbe wenigstens so gut ausfallen werde, wie die beiden Ersten. Ich glaube aber unendliche Male besser, und dass man mit Recht sagen könne, Finis coronat opus, das Ende krönt das Werk. Die Anrede des Oberpriesters bei den Leiden des Volkes durch das Seeungetüm, der feierliche Marsch, das Orakel selbst, Markier Glucks als Vorbild gedient haben. Die Größe solcher tragischen Momente war wenigstens verstanden und niemand wird bei diesen Tönen auch heute noch ohne inneren Einbruch bleiben. Es ist aber zugleich eine Schule des echten dramatischen Stils in der Musik geworden und besonders das Orchester steht schon auf der Höhe der Leistungen Mozarts, von denen eben jeder Spätere das Beste gelernt hat. Von der Erstaufführung selbst, die im Januar 1781 stattfand, wissen wir nichts Näheres. Der Eindruck aber kann kaum anders als bei den Proben gewesen sein. Dass Idomineo heute fast nur noch im Konzertsaal lebt, verdankt er dem italienischen Textgefüge, das den stetigen Fortgang der Handlung alle zwei Schritte unterbricht. Der italienischen Oper als absolute Herrscherin setzte Mozart mit diesem Idomineo einen Zielpunkt, sie blieb fortan nur noch ein nationales Gebilde. Er zwang die Opernkomponisten fortan auf andere Bahnen zu lenken und mehr und mehr die Forderungen Glücks aufzunehmen, die die Oper des folgenden Jahrhunderts auf die Höhe eines wahren Dramas gehoben haben. Die schließlich entscheidenden Schritte hierzu taten aber erst Mozarts Figaro und Don Giovanni. Zu ihnen führt uns jetzt unser Weg, denn der Idomineo, wie er das erste Meisterwerk Mozarts im monumentalen Stil war, bildete mit seinen Folgen auch die Überleitung zu einer ganz neuen Lebensepoche, der Zeit seiner vollen Selbstständigkeit als Mensch wie als Künstler. Viertens Entführung Figaro Don Juan 1781 bis 1787 Es wird berichtet, Mozart habe auch in späteren Jahren den Idomineo äußerst geschätzt und gewusst, dass Kenner seiner Musik immer hervorgehoben haben, dass dieses Werk jugendliche Frische und Lebenskraft mit einer großen Mannigfaltigkeit der Erfindung und Charakteristik der Kunst verbindet. Mitunter heißt es sogar, Mozart habe diese Oper Zeit lebens als seine beste betrachtet. So ist begreiflich, dass Mozarts Bewusstsein solchen eigenen Könnens, insbesondere als er enthusiastisch an dem Werk selbst arbeitete, ihn nicht nur mit äußerster Zufriedenheit, sondern mit Stolz erfüllte. Ebenso ist begreiflich, dass ihm in solchen Augenblicken die Erinnerung an die Salzburger Enge mitsamt ihrer Schikanen wahrhaft Lebenstötend erscheinen musste. Hinaus ins Weite und Freie musste es jetzt heißen, wie vier Jahre zuvor. Und hatte nicht das Nahe Wien sich jetzt auch geistig hoch aufgetan und der neue Kaiser Josef II. sogar ein deutsches National Singspiel Theater errichtet? Schon im Dezember 1780 hatte Mozart daher wieder mit einem Brief bei seinem Vater nachgefragt, wie es denn mit seinem Urlaub stehe. Er sei wahrlich nur ihm, dem Vater zuliebe in Salzburger Dienst, während ihm der Fürst und der stolze Adel jeden Tag unerträglicher wurden. Es werde ihm leicht sein, meinte Mozart weiter, bei der jetzigen Protektion in München auch ohne feste Anstellung durchzukommen. Es sei zum Weinen, wenn man nur an die Salzburger Verhältnisse denke. auch über den Urlaub hinaus in München bleiben. Denn der Salzburger Erzbischof weilte geschäftehalber im Gefolge der Intronisation des neuen Kaisers in Wien, weshalb sich Mozart noch vollendeter Oper noch eine Weile ausruhen und an den Freuden des Karnevals teilnehmen konnte. Doch dann traf Mozart mitten in diese jugendliche Ausgelassenheit, die nach der gewaltigen Anspannung aller Geister durch viele Monate hindurch nur zu natürlich erschien, im März 1781 der Befehl des Erzbischofs sofort nach Wien zu kommen. Hieronymus sah die Fürsten dort prunkvoll feiern, warum sollten, so dachte er, seine hochfürstliche Gnaden dabei fehlen? Das Erzbischofs Anhang war bereits vor Ort, das Personal des Hofhalts folgte nach, und wenn es bei den Festen mit Musik zu glänzen galt, wer hatte dann schon einen Mozart aufzuweisen. So kam dieser völlig unvermutet ans Ziel seiner Wünsche nach Wien, und die Verhältnisse brachten es mit sich, dass er dort auch blieb. Zunächst wurde Mozart gut aufgenommen, allerdings teilte er Unterkunft und Tisch mit einfachen Köchen und Kammerdienern, die er sich, wie er sagte, durch Schweigen und große Seriosität fernzuhalten hatte. Der Erzbischof erweckte den Eindruck, als wolle er sich nur mit seinem Personal rühmend umgeben, und wenn sich Mozart eine Gelegenheit bot sein können, in anderen Adelshäusern zu zeigen, dann versagte der Erzbischof die Erlaubnis. Doch wäre dies Mozarts einzige Chance, dort auch den Kaiser zu treffen, auf dessen Wohlwollen und Gewinnung nun alles ankam. Der Erzbischof also ließ Mozart dessen Abhängigkeitsverhältnis doppelt spüren. Und wie simple Bedienstete sollte sich Mozart stets nur an den Wänden herumdrücken, für seine Kompositionen zu den Erzbischöflichen Abenden wurde ihm nichts bezahlt. Ein Konzert jedoch für die Musiker Witwin in der späteren Heidengesellschaft hatte Mozart durch seine Kunst verschönern helfen dürfen, allerdings bloß weil die ganze Noblesse Wiens den Herrn Erzbischof darum gequält hatte. Auf diesen außerordentlichen und beifallsreichen Erfolg hin erlaubte Mozarts Dienstherr ihm noch immer kein eigenes Konzert in Wien. Und am härtesten traf Mozart schließlich die Nachricht, dass es bald wieder zurück nach Salzburg gehen sollte. Da schreibt Mozart an seinen Vater plötzlich in der natürlichen deutschen Sprache, weil es die ganze Welt wissen solle und dürfe, dass der Erzbischof es nur ihm, seinem besten Vater, zu danken habe, dass er ihn gestern nicht auf immer verloren habe. Er habe bei dem gestrigen letzten Konzert im Palais gar zu viel Verdruss gehabt. Und nach kurzer Zeit kommt dann auch der Ausbruch des Zwiespaltes. Ich bin noch ganz voll der Galle, heißt es von Seiten Mozarts. Man hat so lange meine Geduld geprüft, endlich ist sie aber doch gescheitert. Der Erzbischof hatte ihn schon zuvor einmal einen Buben, einen liederlichen Kerl genannt, der verschwinden solle. Mozart hatte es um des Vaters willen ertragen. Dann hatte man ihn plötzlich ausziehen geheißen und er war zur alten Frau Weber gekommen, wo er auf eigene Kosten in deren Räumlichkeiten am Peters Platz zu diese Ausgaben ersetzt seien. Nun, wann geht er Bursch? schnauzt ihn aber dann der geistliche Fürst an und darauf ging es in einem fort, er sei der liederlichste Bursch, kein Mensch bediene ihn so schlecht, er werde die Besoldung einziehen. Er hieß Mozart einen Lump, einen Gassenjungen, einen Dummkopf. Endlich war des Künstlers Blut zu stark in Wallung und Mozart fragte, ob hochfürstliche Gnaden also nicht zufrieden mit ihm sei. Darauf der Erzbischof Was? Er will mir drohen, eher Dummkopf, dort ist die Tür, ich will mit einem solchen elenden Buben nichts mehr zu tun haben. Und ich mit ihnen auch nichts mehr. Also geht er. So lautet dieses kulturhistorische Gespräch zwischen einem Fürsten und einem Künstler jenes Jahrhunderts. Und Mozarts Bericht endet mit den Worten Ich will nichts mehr von Salzburg wissen, ich hasse den Erzbischof bis zur Raserei. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Ich wusste nicht, dass ich Kammerdiener sei, und das brach mir den Hals, sagte Mozart. Und der Vater solle sich freuen, dass er keinen Ehrlosen zum Sohn habe. Allein jetzt waren die schmeichlerischen bedienten Naturen tätig. Sie wussten, der Erzbischof einen Künstler nicht gern, um den man sich in Wien vor seinen Augen gerissen hatte. Graf Arco setzte im Auftrag des Erzbischofs alles daran, die Sache wieder ins Lot zu bringen. Er verweigerte zunächst sogar die Annahme des Entlassungsgesuches Mozarts. Doch als dieser darauf bestand, beging er die eines Herren allerdings unwürdige Brutalität, den edlen Künstler mit einem Fußtritt hinauszuwerfen. War schon nach den persönlichen Audienzen beim Erzbischof Mozart ganz erhitzt gewesen, hatte am ganzen Leibe gezittert und auf der Straße wie ein Betrunkener getaumelt, so versichert er jetzt, wenn er den Grafen treffe, werde er ihm einen Tritt geben. In der Antichambre habe er nicht wie Arco selbst den Respekt vor den fürstlichen Zimmern verlieren wollen, aber jetzt werde, und sollte es in zwanzig Jahren sein, dem hungrigen Esel handgreifliche Antwort nicht ausbleiben. Schmerzlicher aber als all diese Kränkungen seiner männlichen Ehre wurden dem jungen Mozart jetzt diejenigen seines Herzens durch denselben Mann, der ihn füglich gerade hier hätte am besten verstehen sollen, durch den Vater. Lassen sie sich nicht durch Schmeicheleien verführen, seien sie auf der Hut, hatte Mozart schon an ihn schreiben müssen. Aber jetzt kamen zu den misstrauischen Äußerungen noch Vorwürfe, dass er ihn in seinen alten Tagen mit seiner Existenz aufs Spiel setze. Er vergleicht ihn mit Aloysia, die kaum in gute Verhältnisse gelangt, sich an einen Komödianten, es war in Wirklichkeit der ausgezeichnete Schauspieler Josef Lange, gehängt und die Irgen vernachlässigt habe. Leopold Mozart verlangt von seinem Sohn sogar, er solle das Gesuch zurücknehmen, er sei es seiner Ehre schuldig. Mozart erkennt denn hier aber auch aus keinem einzigen Zug seinen Vater wieder. Er schreibt, er erkenne »Wohl einen Vater, aber nicht den besten liebevollsten, den für seine eigene Ehre und die Ehre seiner Kinder besorgten Vater, mit einem Worte nicht meinen Vater. Begehren sie von mir aus, was sie wollen, nur das nicht, sonst alles, nur der Gedanke macht mich vor Wut zittern«, schließte er. Widerschaffen den Künstler, so hatte das Leiden den Menschen innerlich mannhaft und sicher gemacht, aber gegen die Leiden waren alle früheren ein Spiel. Wir wissen, wie sehr und in welcher Tiefe seines Gemütes und seiner ganzen Lebensanschauung dieser Sohn seinen Vater liebte und verehrte. Doch gar Mangel an Liebe wirft der Vater dem Sohn vor, dann Vergnügungssucht in der großen Stadt und sogar leichtfertigen Umgang. Denn fremde Verleubnung und eigenes Misstrauen reichen einander hier die Hand zum schlimmsten Bunde. Die Zurückweisungen zeigen uns Mozarts ganzes Herz. Sie sind förmlich eine Illustration zu seiner tief reinen und friedensvollen Kunst. Der Hauptfehler bei mir ist, dass ich nach dem Scheine nicht immer so handle, wie ich handeln sollte, entschuldigt sich Mozart einfach bescheiden, und allen anderen Mahnungen gegenüber, sagt er mit dem schönsten menschlichen Selbstbewusstsein, Ich darf nur meine Vernunft und mein Herz zu Rate ziehen, um zu tun, was recht und billig ist. So war und blieb denn das stets wenig Segens- und ehrenvolle Salzburger Dienstverhältnis für immer gelöst, und auch wenn eines dabei verloren ging, nämlich das liebende Vertrauen des Vaters, so schmerzlich es war, es wurde ein größerer Besitz dafür eingetauscht, die persönliche Freiheit und die Eroberung eines Grund und Bodens, auf dem die bereits so hoch entwickelte künstlerische Individualität Mozarts nun auch völlig frei schaffend wirken konnte. Dies und die Erfüllung in Liebe und Ehe sind die weiteren entscheidenden Momente in diesem Künstlerleben. Ausgehend von der Darstellung dieses wird bald zu sehen sein, wie daraus Mozarts großes monumentales Schaffen in Werken wie der Entführung aus dem Serai, dem Figaro oder Don Giovanni hervorblühte. Die jüngsten persönlichen Erlebnisse aber hatten in ihm jenen Blick für das Leben und die innere Freiheit erzeugt, ohne den solche überraschend lebenskundige Art und solche souveräne Charakteristik nicht möglich gewesen wären. Es waren aber auch die Zeit und der Ort, wo so etwas erblühen konnte. Mozart war nicht mehr dem niederdrückenden Gefühl entwürdigender und beengender Verhältnisse seiner bisherigen Stellung unterlegen. Sein genialer Blick erfasste sofort, dass dies für ihn die am meisten geeignete Welt war. Daher erfasste er mit voller Energie seine Wünsche und hielt sie fest. Er fühlte, er könnte sich in Wien nach seiner ganzen Größe auswachsen und gleich der Liebe ist der künstlerische Schaffenstrieb ein unwillkürlicher und unwiderstehlicher. Doch derartiges verstand der Vater nicht. Daher musste ihm mit anderen Argumenten, mit anderen Aussichten beigekommen werden, nämlich mit Aussichten auf materiellen Erfolg. Und diesen konnte Mozart sich und seinem Vater getrost versprechen. Und wenn Mozart selbst sogar in diesem reichen Wien schlussendlich verkam, wie man im Grunde sogar sagen muss, und vor der Zeit verstarb, so lag dies zum Teil daran, dass eben sein Genius zu überragend war, um schon von seiner Zeit und Umgebung auch bereits völlig gewürdigt werden zu können. Zum anderen Teil daran, dass ihm, der ständig in solch hohe Aufgaben versunken war, die reale Welt bald mehr und mehr entschwand und es daher Neidern und Feinden leicht gelang, ihm den äußeren Erfolg vor dem Munde wegzunehmen und ihn auf seine sonnige, wonnige Kunst einzuengen. Diese aber gediehen Wien selbst eben über alles Hoffen und Verstehen der Zeit hinaus. Und wo stünden wir heute ohne diesen Mozart? Trotz Goethe war er es, der in der Kunst das Gefühl für die letzte und reinste Schönheit bereitet und auch die letzten und innersten Tiefen des Herzens eröffnet hat. Und dazu halfen Mozart eben vor allem Wien und Österreich. Österreich hatte sich in diesen beginnenden 1780er Jahren von den Wunden des Siebenjährigen Krieges erholt. Es gab einen gewissen Wohlstand unter den Menschen und besonders in der Hauptstadt ließ der reiche Adel der östlichen Provinzen die Familien Esterhasi, Schwarzenberg, Thun oder Kinski beträchtliches Geld. Dazu waren die sozialen Verhältnisse noch nicht getrübt. Adel und Bürgertum lebten in guter Harmonie miteinander und über allen thronte innig geliebt und in der Tat ein Ideal österreichischen Wesens, wie es seit Maximilian I. nicht dagewesen, Kaiser Josef II. Er hatte an Gemüt und Bildung sozusagen als die andere Seite des alten Fritz des Königs Friedrich des Großen zu Preußen zu gelten, der seinerseits damals die Intelligenz und praktische Tatkraft des Geistes der deutschen Länder am wirksamsten vertrat und dies gab eben dem österreichischen und vor allem dem Wiener Wesen jenen ganz besonderen Zug und Gehalt, aus dem ein Gebilde der Kunst hervorgegangen ist, das einzig in der Renaissance und in der Antike sein Vorgängertum und zugleich ebenbürtiges Gegenstück hat, die Wiener Klassik. Haydns, Mozarts und Beethovens Quartette allein würden genügen, diese Wiener Zeit von 1775 bis 1825 eine Spanne von 50 Jahren, also für alle Zeiten unvergesslich zu machen. Und doch kamen dazu noch die Opern und die Instrumentalmusik dieses leuchtenden musikalischen Dreigestirns, dem Christoph Willibald Gluck vorausgegangen war. Das ganze Dasein in Wien schwamm damals in einer warmen Sinnlichkeit. Das Leben hatte kaum einen Stachel und unbefangen rührte und zeigte sich jede von Mozarts nächsten Regungen. Ist nun dies schon an sich der natürlichste und fruchtbarste Nährboden für eine geistige Produktion, die eben zunächst auf die Sinne wirken und durch sie zu unserem geheimsten Herzensleben und höchsten Geistes schauen reden will, für die Kunst, so war dadurch speziell für die Blüte der Musik die nächste und unersetzlichste aller Bedingungen gegeben. Diese scheinbar ganz in Sinnlichkeit versunkene Leben hatte auf seinem Grunde wie eine Widerspiegelung der ewig leuchtenden und wärmenden Sonne das Wiener Gemüt jenen ausgleichenden Frieden und das schöne Gelten und Gewähren lassen alles dessen, was neben uns lebt und sich regt. Dazu der hohe Grad von Bildung, der damals Wien auszeichnete und zum Teil noch direkt von der Berührung mit der Zeit der höchsten Blüte der italienischen Kultur mit der Renaissance zusammenhing. Diese Adelshäuser, diese begüterten feinen Bürger und gelehrten Familien und wieder an der Spitze, wenn auch nicht gerade in der Musik, so doch überall sonst als der am edelsten gebildeten Einer der Kaiser. Wahrlich ein bloßer Gedanke an die übrigen Hauptstädte des gebildeten Europa von damals an Paris, London oder gar Berlin, überzeugt uns, dass ein Gluck, Haydn, Mozart oder Beethoven dort nie hätte gedeihen können. Aber in Wien gediehen sie voll auf und wir hören namentlich die beiden letzteren Künstler selbst bestätigen, dass es eben Wien war, wo sie allein gedeihen, das heißt zu demjenigen Künstlertum auswachsen konnten, dessen Keim sie als ein anvertrautes Pfand in sich fühlten. Und wie stand es nun des Näheren mit Musik und Theater in jenen Tagen? Sehr viele der großen Häuser hatten eigene Musik, die reichen Fürsten, oft eine Privatkapelle, die anderen Familien Streichquartette oder Klaviere und diese Letztere nicht zu dem entsetzlichen Übungsgeklimper unserer Tage, sondern zu einem Spiel um das Herz zu berühren. Seit der Zeit der norddeutschen Organistenschulen, aus der ein achtes Weltwunder wie Johann Sebastian Bach hervorging, dem alle Quellen seiner speziellen Kunst miteinander entsprangen, hatte die Welt kein solch goldenes Zeitalter der Musik gesehen. Beethoven erinnerte sich später desselben mit einer gewissen Wehmut, als mit den großen Revolutionskriegen eine Zeit der Härte und Öde eingetreten war, wo das Gemüt und mit ihr die Kunst der Seele, die Musik schweigt. Und eben aus jener ersten reichquellenden Zeit der deutschen Musik, deren lebendiger Mittelpunkt die Religion war, hatte der jüngere Sohn Bachs, Philipp Emanuel Bach, jetzt die Musik hinübergeführt und ihr durch seine Sonaten für Kenner und Liebhaber auch das Gebiet des freien menschlichen Daseins erschlossen. Er ist der Vater, wir sind die Buben, hat Mozart von sich selbst und Josef Haydn gesagt, von dem wir übrigens das gleiche eigene Geständnis besitzen. Und sie beide waren es nun, die dieser freien Sprache der Musik sozusagen das ganze menschliche Leben auftaten und so mit Beethoven gemeinsam in ihren Sonaten, Quartetten und Sinfonien der Zeit und der Menschheit selbst wieder förmlich das Herz öffneten. Das war es, warum Mozart schreiben konnte, gestern hätten ihn die Damen nach dem Konzert noch eine ganze Stunde am Klavier gehabt. Ich glaube, ich säße noch dort, wenn ich mich nicht davon gestohlen hätte. Aber nun weiter. Meine einzige Unterhaltung besteht im Theater, schreibt Mozart damals seiner Schwester. Ich wollte dir wünschen, hier ein Trauerspiel zu sehen. Überhaupt kenne ich kein Theater, wo man alle Arten Schauspiele vortrefflich aufführt, aber hier ist es so. Freilich, wo damals ein Friedrich Ludwig Schröder wirkte, und dann war ja damals Shakespeare aufgetaucht und die deutsche dramatische Literatur in Lessing und Goethe im Aufblühen begriffen. Da ist wohl an einen Figaro und einen Don Juan zu denken, aber auch von einem National-Singspiel-Theater hörten wir schon. Nicht, dass Josef II. in der Musik deutsche Symphonien gehabt hätte, dafür war er zu sehr in der italienischen Kunst aufgewachsen. Und sein Musiksinn, so gebildet er war, nicht tief genug. Aber er musste den nationalen Bestrebungen auf solchen Gebieten nachgehen, da ihm Friedrich der große, die übrigen fast alle genommen hat. So bildete damals Wien mit Mannheim und Weimar zusammen die entscheidende Trias, aus der eine deutsche Kunst für Musik und Theater hervorgegangen ist. Und was diese Bestrebungen bedeuten, erkennen wir aus der Sternenbahn von Mozarts Zauberflöte über Beethovens Symphonien bis zum Ring der Nibelungen in Bayreuth von 1876. Wahrlich, gloriose 100 Jahre für die deutsche Kunst. Zu diesem deutschen Singspiel-Theater kam nun Mozart gerade recht. Denn Gluck komponierte nicht mehr, sein Sieg war entschieden und sein Zenit war fast erreicht, er näherte sich den 70ern. Sein Schüler Antonio Salieri war freilich der Abgott des Kaisers, aber er war eben Italiener. Und die übrigen Wiener Komponisten bedeuteten damals nicht viel. Haydn aber war auf diesem dramatischen Gebiet nicht eigentlich tätig, weil er auch zumeist in Eisenstadt bei seinem Fürsten Esterhersi. Norddeutschland hatte nichts Epoche Machendes mehr aufzuweisen, seine vorwiegend gelehrte oder formalistische Musik wäre auch nicht nach Wiener Geschmack gewesen. Was stand also näher, als den jungen Meister zu nehmen, der zudem noch soeben in einer anderen Residenz sein überragendes Können gezeigt hatte? Und wirklich sprach auch schon bald nach seiner Ankunft der Kaiser selbst den Wunsch nach einer solchen deutschen Oper von Mozart aus. Und nachdem der Intendant Graf Rosenberg in einer Privataufführung den Idomineo gehört hatte, vernehmen wir, dass er den Auftrag zu einem Textbuch für Mozart gegeben hat. Es ist Belmonte und Constanze oder die Entführung aus dem Serai. Mozart berichtet dazu im August 1781, sein Geist sei so erheitert, dass er mit der größten Begierde zum Schreibtisch eile und mit der größten Freude daran sitzen bliebe. Ja, eine und zwar die schönste Arie Belmontes, oh wie ängstlich, oh wie feurig, war damals sogleich fertig geworden. Doch zunächst wird die ganze Sache noch verschoben, wenn gleich wahrlich nicht zum Nachteil des Künstlers und seiner Kunst. Denn Mozart erlebte derweilen Dinge, die ihm ermöglichten, die künstlerische Feder so recht tief in jenes feurigen Nass zu tauchen, aus dem die wundervolle Farbentiefe kommt, die außer ihm fast nur Raphael besitzt. Er fand eine innige Herzensliebe. Und da diese den gleichen Einfluss auf sein Leben wie auf seine Kunst hatte, denn sie führte zu dem entscheidenden Bunde der Ehe, so haben wir hier zunächst dieses wichtige Stück Leben Mozarts zu betrachten. Wir hörten schon, Mozart war in der Eile, als er das erzbischöfliche Palais verlassen musste, zur Familie Weber gezogen. Da habe ich mein hübsches Zimmer, bin bei dienstfertigen Leuten, die mir in allem, was man so geschwind braucht, an die Hand gehen, schreibt er. Die Mutter Weber erhielt sich nach dem Tode ihres Mannes durch Zimmer vermieten, wobei ihr die Töchter zur Hand gingen. Sie wohnten im Auge Gottes am Petersplatz, das noch heute steht. Der Vater arg wöhnte sofort andere Dinge. Mozart antwortet, bei der lang, gemeint ist Aloysia, war ich narr, aber was tut man nicht, wenn man verliebt ist? Jetzt handelt es sich ihm zunächst neben guter Unterkunft nur darum, Leute zu haben, die an seinem verzehrenden Ärger und persönlichen Kummer um den Erzbischof und den Vater zugleich persönlichen Anteil nahmen. Und dies fand er hier. Brauchte er doch, der jetzt immer zu komponieren hatte, um zu leben, einen heiteren Kopf und ein ruhiges Gemüt. Trotzdem drängte der Vater auf das Verlassen dieser Wohnung und Mozart tat es schließlich im Herbst. Doch wenn er sagt, wegen dem Geschwätz der Leute und wissen möchte, was man über ihn so in den Tag hinein zu reden habe, dass er in ein Haus ziehe und die Tochter heirate, so war dies freilich Selbsttäuschung. Denn schon hatte eben die zärtliche Sorge und Bedienung, mit der die dritte Tochter Konstanze Weber sich seine Annahm, die gegenseitige Neigung geboren. Konstanze Weber, 1764 geboren, stand damals im 18. Lebensjahr, war also acht Jahre jünger als Mozart. Sie war schon als Mädchen damals in München seine Klavierschülerin gewesen und jetzt gab er ihr zugleich Gesangsunterricht. So hatte Mozart auch einen äußeren Anlass, nach wie vor in dieses Haus zu kommen. Und dass es Musik, die Sprache, der Seele war, die sie miteinander verband, musste sie geradezu bald ganz von selbst innerlich einander nahe bringen. Im Dezember 1781 teilte Mozart seinem Vater schriftlich mit, dass er die Absicht habe, Konstanze zu heiraten. Wörtlich heißt es außerdem in diesem Brief, nun aber, was ist der Gegenstand meiner Liebe? Erschrecken Sie auch da nicht, ich bitte Sie. Doch nicht eine Weberische? Ja, eine Weberische. Aber nicht Josepha, nicht Sophie, sondern Konstanze, die mittelste. Im weiteren Wortlaut bekommen wir von Mozart eine Beschreibung, die durch die damals waltende Empfindung wohl etwas übertrieben und gefärbt war. Er habe in keiner Familie eine solche Ungleichheit gefunden. Die Älteste sei faul und grob und habe es dick hinter den Ohren, die Lange gar falsch und kokett. Und doch hatte er im Frühjahr geschrieben, sie sei ihm auch jetzt noch nicht gleichgültig. Die jüngste Sophia, die uns ebenfalls noch begegnen wird, sei noch zu jung, um etwas sein zu können, sei nichts als ein gutes, aber zu leichtsinniges Geschöpf. Gott möge sie vor Berührung bewahren. Und dann erhalten wir eine Schilderung von Konstanze. Die mittelste aber nämlich, meine gute, liebe Konstanze, ist die Märtyrerin darunter und eben deshalb vielleicht die gutherzigste, geschickteste, mit einem Wort die beste darunter. Die nimmt sich um alles im Hause an und kann doch nichts recht machen. Er könne ganze Bogen von den bösen Auftritten in diesem Haus schreiben. Eben diese aber hatten beide so recht eng zusammengeführt. Es war die Probe ihrer Zuneigung zueinander gewesen. Und dann schreibt Mozart weiter, sie sei nicht hässlich, aber auch nichts weniger als schön. Ihre ganze Schönheit bestehe in zwei kleinen schwarzen Augen und einem schönen Wachstum. Sie habe keinen Witz, aber Menschenverstand genug, um ihre Pflichten als Frau und Mutter erfüllen zu können. Sie sei nicht zum Aufwand geneigt, das sei grundfalsch, sondern gewohnt, schlicht zu gehen, denn die Mutter wende das Wenige auf, was sie tun könne, an die zwei anderen. Sie könne sich alles selbst machen, verstehe die Wirtschaft, habe das beste Herz der Welt. Nun wieder wörtlich. Ich liebe sie und sie liebt mich von Herzen. Sagen Sie mir, ob ich mir eine bessere Frau wünschen könnte. Und den besten Kommentar dieser Worte geben die Stücke, die von Belmonte und Constanze, wie die Entführung ja auch hieß, bereits fertig waren. Vor allem jenes »Oh wie ängstlich, oh wie feurig« aus den Sommertagen von 1781 und die Arie »Ach, ich liebte« war so glücklich, deren Text von Constanzes Hand abgeschrieben vorhanden ist. Doch der Ausdruck letztere, die verhinderte Liebe, drohte auch Mozart und Constanze, denn zuerst der Vater, dann der Vormund der Tochter und darauf die Mutter waren gegen die Heirat. Kommen wir nun zunächst zu den künstlerischen Resultaten dieses neuen Wiener Daseins von Mozart. An Klavier und Kammermusik war natürlich gar manches entstanden, das Bedürfnis nach Neuem blieb in all diesen Wiener Zirkeln stets sehr groß. Und wer konnte bereiter sein, diesem Bedürfnis zu entsprechen als Mozart, der mit seinem Ruhm und jetzt gar mit seinem Lebensunterhalt von dieser Aufnahme in der Kaiserstadt abhing? Allein die Entscheidung lag doch in der ihm übertragenen Oper, und diese wurde denn auch zum Glück im nächsten Frühjahr 1782 wieder aufgenommen. Und trotz aller Quälereien und Ärgernisse mit dem eigenen Vater und der Mutter seiner Braut gelang es ihm rechtzeitig, damit fertig zu werden. Doch hierfür musste er oft bis ein Uhr nachts arbeiten, um so dann um sechs Uhr morgens wieder weiterzumachen. Und wenn auch hier von der außerordentlich fleißigen Detailarbeit nicht die Rede sein kann, wie beim Idomineo, dem er alle Zeit, alle Kraft, jede Gemütsregung und Fantasietätigkeit widmen konnte, so gestand er doch selbst dem Vater gegenüber, ich freue mich recht sehr auf diese Oper. Jedoch hatte Mozart, der sonst schlechterdings seinen eigenen Empfindungen folgte, diesmal möglichst auf den Geschmack der Wiener Rücksicht genommen, und dieser verlangte in diesem Genre nach leicht beschwingter Heiterkeit und drastischer Komik. Beides sehen wir denn auch in dem Werk vorherrschen. Man sieht das Zittern, das Wanken, man sieht, wie sich die schwellende Brust hebt, welches durch ein Crescendo ausgedrückt ist. Man hört das Lispeln und Seufzen, welches durch die ersten Violinen mit Sorbinen und eine Flöte im Unisono rausgedrückt ist, schreibt Mozart selbst von Belmontes Arie, oh wie ängstlich, die auch die Lieblingsarie aller und eben jene Mozarts war. Trotzdem entzückte das Rondo, wenn der Freude Tränen fließen, noch mehr. Es enthält allerdings auch jene Stelle, ach Konstanze, dich zu sehen, dich voll Wonne und Entzücken an dies treue Herz zu drücken. Eine Stelle, an der die deutsche Musik erst völlig die Sprache der ernsten männlichen Liebe und innigen Hingebung gelernt hat, wie sie einst mit dem Choral die Erhabenheit der religiösen Empfindung in Tönen fand. Dieser Charakter des deutschen Jünglings, auch in der Musik, war durch die Gestalt dieses Belmonte sozusagen für immer festgestellt. Man denke nur an Beethovens Floristan aus Fidelio und Wagners Walter von Stolzing aus den Meistersingen. Aber ebenso die Gestalt des dummen, groben und boshaften Haremswächters Osmin war neu in dieser derben Komik und doch mit stilvollstem Adel in der Form. Da ist der gestartste Herr Sohn des Augsburger Schellenkönigs, es ist der ganze brutale Hochmut des Salzburger Fürsten mit seinem trefflichen Oberstküchenmeister nicht vergeblich in diese Existenz getreten. Aber des Künstlers Rache bleibt edel und wirkt darum auf ganze Geschlechter veredelnd. Man hört von Mozart selbst, wie er sich bei Osmins Arie, darum beim Berthe des Propheten, dieser Komik völlig bewusst war, dass alle Torheit und alles Ruhe übermaßig gewissermaßen selber straft und zum Spott und Hohn wird. Es liegt hier in der ganzen skizzenhaften Zeichnung schon das Material vor, aus dem zwei Menschen alter später der wilde Wurm im Nibelungenring aufgebaut wurde. Die schwerfälligen Rhythmen und das fast Brüllende des Tralalalara, es ist die ganze Art der ungezähmten Wildheit brutaler Natur, eine grandiose Rohheit, auch im kleinen Rahmen. Dann die Aufführung. Es war am 12. Juli 1782. Das gedrängte Haus wollte mit Beifall und Dacapurufen nicht ändern. Wie hoch die Erwartungen auch gewesen sind, so war man dennoch überrascht, entzückt, hingerissen. Eine Aufführung folgte rasch der anderen. Mozart schrieb, es tut einem doch wohl, wenn man solchen Beifall erhält. Kaiser Josef II. hatte von dem Werk gesagt, zu schön für unsere Ohren und gewaltige Noten, lieber Mozart, worauf dieser entgegnete, gerade so vielen Noten ehrwürdige Majestät als nötig ist. Und Glück, weitaus die erste Autorität Wiens in Bühnendingen, ließ sich die Oper, obwohl sie noch wenige Tage vorher gegeben wurde, besonders aufführen, machte dem Komponisten viele Komplimente und lud ihn zum Speisen ein. Und dies war Mozart ein bedeutenderer Zuspruch als alles andere. Doch hatte er auch noch weitere Gönner. Fürst Kaunitz, der Staatskanzler Österreichs, und ein bedeutender Kunstförderer war auf diesem Gebiet selbst mit dem Kaiser unzufrieden, da dieser seiner Ansicht nach die Künstler von Talent nicht genug schätzte und im Land hielt. Und über Mozart hatte Kaunitz eben gesagt, dass solche Leute nur alle hundert Jahre auf die Welt kämen und man sie daher festzuhalten trachten müsse. So sehr das deutschsprachige Werk der Entführung endgültig den Beginn einer eigenständigen deutschen Oper markiert, so wenig war damit die Vorherrschaft der italienischen Oper bereits gebrochen. Der Kaiser selbst maß, wohl auch unter dem Einfluss italienischer Berater, zunächst weiterhin der italienischen Oper größere Bedeutung zu. Und so geschah es, dass Mozarts nächste bedeutende Arbeit, die uns zu interessieren hat, trotz des durchschlagenden Erfolges der Entführung, dann wieder eine italienische Oper war. Der Schönheit und Fülle dieses Werkes freilich tat die Sprache keinen Abbruch. Es handelt sich um Lenotze di Figaro, um Figaros Hochzeit. Mit der Entstehung dieser Oper wollen wir uns so dann befassen. Doch das Erste, was nach der Beendigung der Entführung als durchaus selbstverständlich und dem natürlichen Abschluss nahe sich hervordrängte, war Mozarts Verbindung mit Constanze. Also drängte er nun mit aller Gewalt auf des Vaters Zustimmung, hatten doch die Quälereien der Mutter Weber schon dazu geführt, dass Mozart Constanze vorübergehend zu seiner Freundin und Gönnerin Frau von Waldstätten bringen musste. »Mein Herz ist unruhig, mein Kopf verwirrt. Wie kann man da etwas Gescheites denken und arbeiten?« schreibt er damals. Aber der Vater hält die Heirat für sein Unglück und erteilt statt der Einwilligung lauter gutmeinenden Rat. Da macht den Mozart kurzen Prozess und inszeniert mit Hilfe seiner Gönnerin die Entführung aus dem Auge Gottes, wie er später scherzhaft seine Heirat nannte. Die Baronin schreibt selbst an den Vater, räumt die verschiedenen Hindernisse fort, verschafft das Geld zum Ehekontrakt und die Befreiung vom kirchlichen Aufgebot. Am 4. August 1782 findet die Hochzeit der beiden statt, die sich so innig liebten. Über den Akt der Eheschließung gibt Mozart selbst einen Bericht, bei dieser heißt es darin, sei kein Mensch als die Mutter und die jüngste Schwester, der Vormund und zwei Zeugen gewesen. Als wir zusammen verbunden wurden, fing sowohl meine Frau als auch ich an zu weinen. Davon wurden alle, sogar der Priester, gerührt und alle weinten, als sie Zeuge unserer gerührten Herzen waren. Das Hochzeitsfest bestand aus einem Souper bei der Frau von Waldstätten, welches in der Tat mehr fürstlich als baronisch war. »Wir sind schon eine geraume Zeit ledig, allzeit miteinander sowohl in die Messe als zum Abendmahl gegangen«, schreibt Mozart einige Tage später. »Und ich habe gefunden, dass ich niemals so andächtig gebeichtet und kommuniziert hätte, als an ihrer Seite. Und so ging es ihr auch. Mit einem Wort, wir sind füreinander geschaffen. Und Gott, der alles anordnet und folglich auch dieses alles also gefügt hat, wird uns nicht verlassen.« Er hat sie auch nicht verlassen. Es war Segen bei dieser Ehe, innerlicher Segen, denn sie beruhte auf Liebe, und wir werden auch, abgesehen von Mozarts Tönen, diesen schönsten Widerhall des Lebens hell ertönen hören. Nun aber wieder zu den weiteren Taten des Künstlers. Der Kaiser, wie gesagt, schätzte wohl Mozarts Talent, doch erkannte er etwa den vollen Wert der Entführung aus dem Serai keineswegs. Als Josef II. darüber einmal gemeinte, es sei nichts Besonderes gewesen, verdross dies Mozart zutiefst. Er dachte sogar daran, Wien zu verlassen und zuerst nach Frankreich und dann nach England zu gehen. Doch es begab sich, dass zu dieser Zeit Lorenzo da Ponte in Wien zugegen war, der später der Dichter des Figaro und des Don Giovanni sein sollte. Außerdem hatte in Wien nun wieder die italienische Opera Bufa Konjunktur und, besagter da Ponte, versprach Mozart ein diesbezügliches Libretto, sobald er jenes für Salieri fertig hätte. Dies dauerte freilich eine geraume Zeit, doch war dies für Mozart durchaus eine Aussicht. In der Zwischenzeit begann Mozart bei einem Besuch in Salzburg die komische Oper »Die Gans von Kairo«, doch beendete sie nicht, der Text war zu schlecht und die gesamte Geschichte denn doch schlichtweg zu dumm. Doch fällt dagegen eine schöne Fülle instrumentaler Musik Mozarts in dieser Epoche bis zum Figaro. Das Klavierquintett mit Blasinstrumenten wurde am 24. März 1784 fertig, die selbst von Beethoven nicht übertroffene Fantasie in C-Moll ebenso wie das Feilchen, Mozarts einziges Goethe-Lied im Frühling 1785. Das Klavierquintett in G-Moll im Juli desselben Jahres, die Josef Haydn gewidmeten Streichquartette noch in dem gleichen Herbst dieses Jahres 1785, das überhaupt zu den fruchtbarsten seines Lebens gehört. Und doch war Mozart damals schon mit dieser komischen Oper beschäftigt. Ja, eine andere, Il Sposo de Luso, der gefoppte Bräutigam, war ebenfalls begonnen, aber eben um des Figaro-Willen liegen gelassen worden. Denn kaum hatte dieser Gegenstand Mozarts Sphäre berührt, so war dieselbe auch völlig von ihm erfüllt und selbst nicht in Illumineo und die Entführung hat er mit solcher vollen Hingabe auch seiner ganzen Individualität geschrieben wie diesen Figaro. Diese Arbeit beschäftigte zum ersten Mal seinen Geist wie sein Gemüt nach allen Seiten hin und gab zudem seinem Witz und seinem musikalischen Können alle Gelegenheit wahrhaftig zu glänzen. So liegt daher hier auch ein Ganzes vor, das wie ein geschliffener Edelstein ist und regelrecht von innen heraus leuchtet. Einzelne Schwächen der Herkunft aus der italienischen Oper treten hier hinter deren Vorzügen zurück. Es ist ein Bild des Lebens, das zwar einer bestimmten Zeitepoche anzugehören scheint, dennoch aber im Grunde die Natur des Menschen selbst in ihrer allem Spott und Mitleid preisgegebenen Schwäche zeigt. Zur Handlung Graf Alma Viva, der mithilfe Figaros des Barbiers von Sevilla seine schöne Gräfin gewonnen, findet dennoch Gefallen an deren reizender Zofe Susanna, die ihrerseits Figaro liebt. Nun gilt's, den Grafen von dieser Torheit zu kurieren. Zunächst wird seine Eifersucht auf den Pagen Cherubino erregt und dies gehörig ins Werk zu setzen, kostet die Beihilfe mehrerer anderer Personen und gibt so eine Reihe köstlicher Szenen, die mit der völligen Verwirrung des Grafen enden. Der zweite Teil der Aktion, denn mehr hat die Operabuffa regelmäßig nicht, da sie ursprünglich als Intermezzo zwischen den drei Akten der Operaseria lag, findet Susanna bei dem Grafen, wie sie ihm ein Stelldichein abends im Garten verspricht, denn die Frauen haben jetzt miteinander ausgemacht, dass die Gräfin selbst, als Susanna verkleidet, dort sein soll, während diese dann die Gräfin spielen und die beiden überraschen soll. Cherubino findet sich ebenfalls ein und überlässt die Ohrfeige, die er wegen seiner Naschhaftigkeit bei der verkleideten Gräfin vom Grafen bekommen soll, dem eifersüchtigen Figaro, der von der Untreue seiner Susanna gewarnt, sich in diesen Momente sogar für die Dunkelheit zu nahe gewagt hatte. Dafür macht nun er der vermeintlichen Gräfin, die sich jedoch ihm zu erkennen gegeben hat, vor den Augen des Grafen eine glühende Liebeserklärung. Da gibt's dann natürlich Lärm, der Graf ruft nach Lichtern und wird dann selbst durch Beschämung und das liebende Verzeihen der Gräfin, wie wir annehmen dürfen, von seiner schlimmen Schwäche für immer geheilt. So also der Kern der Vorgänge in Mozarts Oper liebenswürdig heiter und für die damalige Zeit und Art nicht allzu gewagt. Aber Mozart gibt nun obendrein den Frauencharakteren des Stückes noch die schönste Reinheit der Seele und nimmt so selbst dem übermütigen Leichtsinn des Grafen den eigentlichen Stachel, sodass wir innerlich versöhnt den Augenblick dieses Stückchens menschlicher Schwachheit verlassen. Anders war das Original jenes Le Mariage de Figaro ou la Folle Journée, desselben Beaumarchais, dem Goethe seinen Clavigo entlehnte. Hier werden die Laster und vor allem die gewalttätige Willkür des Adels gegen Bürgerliche mit solcher Rücksichtslosigkeit gegeißelt, dass das Stück als eine Art Vorspiel jener welthistorischen Augustnacht von 1789 zu gelten hat, die alle und jede Vorrechte des Adels mit einem Federzuge aufhob. Und es zeigt also die ganze innere Milde und Würde des Menschen bei Mozart, der doch auch die brutale Hofffahrt der damaligen privilegierten Stände gewiss auf das Allerempörendste persönlich erfahren hatte, dass er hier alles in Humor, das heißt den Tränen lächelndes Mitleiden mit der Beschränkung und Schwäche der Menschennatur aufzulösen weiß. So wurde schließlich auch des Kaisers Zustimmung zum Werk ermöglicht, denn die Theatervorlage von Beaumarchais hatte er ob des unmoralischen Stiles für Österreich noch verboten. Hören wir nun einen späten Bericht des englischen Sängers Kelly über die Aufführung am 1. Mai 1786 in Wien, bei der er selbst die Rolle des Basilio übernommen hatte. Von allen Darstellern der Oper aus jener Zeit ist nur noch einer am Leben, ich selbst. Es muss zugestanden werden, dass nie eine Oper besser gegeben wurde. Ich sah sie zu verschiedenen Zeiten in allen Ländern und gut dazu und doch verhält sich die allererste Aufführung zu jeder anderen wie Licht zu Finsternis. Alle ursprünglichen Darsteller hatten den Vorteil, durch den Komponisten selbst unterwiesen zu werden, der sich bemühte, auf ihren Geist, seine Anschauung und seine Begeisterung zu übertragen. Niemals werde ich sein kleines, belebtes Gesicht vergessen, in dessen Zügen das Feuer des Genius glühte und leuchtete. Es ist ebenso unmöglich, es zu beschreiben, als Sonnenstrahlen zu malen. Und weiter berichtet Kelly über seine Arbeit mit Mozart. Als ich ihn eines Abends besuchte, sagte er mir, Eben habe ich ein kleines Duett für meine Oper beendigt, das sie hören sollen. Er setzte sich ans Klavier und sang es. Ich war hingerissen und die musikalische Welt wird mein Entzücken begreifen, wenn ich erwähne, dass es das Duett des Grafen Alma Viva mit Susanna war. So lang habe ich geschmachtet. Etwas Köstlicheres wurde nie zuvor von einem Menschen geschrieben. Oft ist es eine Quelle des Vergnügens für mich gewesen, dass ich der Erste war, der es gehört. Ich sehe noch Mozart im roten Pelz und goldbordierten Hut bei der ersten Probe mit Orchester auf der Bühne stehen und der Musik den Takt angeben. Benucci sang Figaro's, dort vergiss leises Flehen, süßes Wimmern mit größtem Enthusiasmus und mit der ganzen Kraft seiner Stimme. Ich stand neben Mozart, der leise wiederholte Bravo, bravo, Benucci rief. Als Benucci zu der schönen Stelle kam, bei dem Donner der Karthausen ließ er seine Stentor-Stimme mit Macht ertönen. Die Darsteller auf der Bühne und im Orchester waren elektrisiert. Berauscht von Wonnegefühlen riefen sie wieder und wieder und immer lauter Bravo, bravo, Meister! Es lebe der große Mozart! Die Orchester schlugen unaufhörlich mit den Bögen ihrer Violinen auf die Musikpulte, um dadurch ihrer Begeisterung Ausdruck zu geben. Es schien, als wolle sich der Sturm der Beifallsbezeugungen gar nicht legen. Der kleine Mann dankte durch wiederholte Verbeugungen für die enthusiastischen Huldigungen, die ihm gespendet wurden. Das Finale am Schluss des ersten Aktes wurde mit gleichem Entzücken aufgenommen. Wenn Mozart weiter nichts geschrieben hätte als dieses Musikstück, es allein würde ihn meinem geringen Urteil nach zum größten Meister seiner Kunst gemacht haben. Nie war ein Triumph größer als der Mozarts und seines Figaro. Das ist der einzige ausführliche Bericht, den wir besitzen. Wir wissen weiter, dass das Haus bei jeder Aufführung des Figaro gedrängt voll war und dass das Publikum nicht müde wurde, zu klatschen und Mozart herauszurufen. Dennoch sorgten Mozarts Gegner im Umfeld des Kaisers erfolgreich dafür, dass die Aufführungen nicht zu oft und nicht zu rasch hintereinander kamen. Der ganz direkte Erfolg des Figaro für Mozart sollte daher darin bestehen, dass letztlich dieser wiederum zur Entstehung des Don Giovanni führte. Dies führt uns nun auch zum Schluss dieses so bedeutungsvollen und tatenreichen vorletzten Abschnitts des allzu kurzen Lebens Mozarts. Im nahen Prag hatte man sich einstweilen Mozart, bald nachdem er in Wien neu aufgetreten war, zu eigen gemacht. Der Figaro war dort sogleich mit einem Beifall bedacht worden, der nur mit dem späteren der Zauberflöte verglichen werden kann. Den ganzen Winter 1786-87 hindurch wurde Mozarts Figaro fast ohne Unterbrechung in Prag aufgeführt. Der Enthusiasmus war ohne Beispiel. Die Prager konnten sich nicht daran satt hören. Klavierauszüge, blasende Partien, Quintette, Tänze, alles wurde daraus gemacht. Von seiner eigenen Reise nach Prag im Januar 1787 wusste Mozart zu berichten, hier wird von nichts gesprochen als vom Figaro, nichts gespielt, geblasen, gesungen und gepfiffen, als Figaro, keine Oper besucht, als Figaro und ewig Figaro. Mozart musste oder besser durfte zu seinem Aufenthalt in Prag sein Werk natürlich selbst dirigieren, was für ihn selbst zweifellos ein wunderbares Erlebnis war, das in schier endlosen Jubel des Publikums mündete. Es folgten so dann zwei Konzerte in Prag, über die ein Augenzeuge erzählt, »Nie sah man das Theater so voll Menschen, nie ein einstimmigeres Entzücken. Wir wussten in der Tat nicht, was wir mehr bewundern sollten, ob die außerordentliche Komposition oder das außerordentliche Spiel. Beides zusammen bewirkte einen Totaleindruck, welcher einer süßen Bezauberung glich. Aber dieser Zustand löste sich, als Mozart zu Ende allein mehr als eine halbe Stunde fantasierte in laute überströmende Beifallsäußerungen auf. Zum dritten Mal war er um eine Zugabe bestürmt worden. Mozart erschien und innige Zufriedenheit strahlte aus seinem Andlitz. Er begann mit steigender Begeisterung, leistete, was noch nie gehört worden, als auf einmal eine laute Stimme rief, aus Figaro, worauf Mozart in die Lieblingsarie Dort vergiss einleitete, ein Dutzend der interessantesten und künstlichsten Variationen improvisierte und unter dem rauschenden Jubel diese merkwürdige Produktion endigte. Gewiss waren diese Auftritte für Mozart ein Höhepunkt seines eigenen Lebens. Als Mozart in der Freude seines Herzens äußerte, für ein solches Publikum würde er gern eigens eine Oper schreiben, nahm ihn der Theaterdirektor Bondini beim Wort und schloss mit ihm für den nächsten Herbst einen Vertrag ab. Das Ergebnis sollte Don Giovanni sein. Lorenzo da Ponte erzählt, dass diesmal er den Stoff vorgeschlagen habe, denn er habe erkannt, dass Mozarts Genie ein vielseitiges und erhabenes Gedicht verlangen. Und in der Tat an diesem Stoff hatten wie am Faust die Nationen gearbeitet und Don Juan ist der unverwüstliche Lebenstrieb wie Faust der Trieb nach Erkenntnis, wie sie beide sich selbst stets verrichten und stets wieder erzeugen. Der Held ist im vollsten Lebensgenuss rücksichtslos frei und heiter ergeben, keine Fessel hemmt ihn, jeder Widerstand erhöht seine Kraft. Aber an eben diesem Übermut erzeugt sich zuletzt für ihn das Gericht und diesen Schluss des ganzen weit ausgedehnten ursprünglich spanischen Abenteuerspieles wählte sich Mozarts Textdichter da Ponte. Don Juan im italienischen Text Sodan Don Giovanni dringt in das Gemach der ihres geliebten Don Ottavio harrenden Donna Anna ein. Ihr Hilferuf treibt den Vater einen Kontur hervor, ein Duell macht seinem altenen Leben ein Ende. Auf der Gasse begegnet ihm und dem Diener Lipporello dann die verlassene Elvira. Sie klagt ihr Leid und überhäuft ihn mit Vorwürfen. Zerlina, die Braut des jungen Masetto, wird Don Giovanni zunächst durch Elviras Eifersucht entrissen, er hat aber die ganze ländliche Hochzeitsgesellschaft zu sich aufs Schloss geladen. Wieder begegnet ihm, es ist schon alles auf das Misslingen und das Ende eingerichtet, Donna Anna mit Ottavio, die seine Hilfe wegen des ermordeten Vaters suchen. Dabei erkennt aber Donna Anna, die schon durch Elvira misstrauisch gemacht worden war, Don Giovanni selbst als den Mörder. Sie erscheinen dann als schwarz gekleidete Masken, ebenfalls auf dem Bankett, und als Don Giovanni soeben die ländliche Schöne entführen will, treten sie ihm entgegen. Es entspinnt sich ein Kampf, aus dem nur die männlichste Kühnheit, Herrn und Diener errettet. Dies der erste Akt, dieses ebenfalls als Opera Buffa genommenen Werkes. Der zweite Akt findet Don Giovanni mit Leporello im Streit, einem solch gefährlichen Herrn mag Letztro nämlich nicht mehr dienen. Allein Geld hilft, selbst die ausgestandene Angst wieder gut machen. Elvira erscheint auf dem Balkon, Don Giovanni wechselt mit Leporello die Kleider und entflieht mit Leporello ins Dunkle. Darauf ein Ständchen an ihre Zofe Leporellos Geliebte. Aber da erscheinen Masetto und seine Bauern mit Gewehren. Doch Don Giovanni als Leporello gelingt es, die Freunde zu entfernen. Masetto selbst die Waffe abzunehmen und zu verprügeln. Worauf Zerlina ihn mit jenen berühmten schönsten Zusagen trösten muss. Elvira sucht jetzt im Dunkeln den vermeintlichen Geliebten, der eingeschüchterte Leporello aber versucht zu entkommen. Da treten plötzlich Don Ottavio und Donna Anna mit Fackeln hervor und erkennen nun, dass sie diesmal statt des Herrn nur den Diener haben. Dieser entkommt und trifft verabredetermaßen auf dem Kirchhof wieder mit Don Giovanni zusammen. In ihre gottlosen Reden aber fährt plötzlich eine Stimme verwegener Gönne Ruhe den Entschlafenen. Es ist die Statue des Konturs. Während Leporello erschrickt, lädt Don Giovanni übermütig die Statue zum Essen ein. So dann, inmitten seiner Tafel Freuden, inmitten der üppigsten Lebensfreude, aus der Don Giovanni selbst die drängende, warnende Stimme der liebenden Elvira nicht zu reißen vermag, tritt der steinerne Gast auf. Er ermahnt den Gastgeber, verkündet dann dem Uneinsichtigen das Gericht und versinkt. Gähnende Schlünde öffnen sich und höllische Geister zerren den übermütigen Don Giovanni ins düstere Grab hinab. Auch die Einzelheiten der Entstehung des Don Giovanni bieten manches Anziehende. Dapontes Anmerkungen in seinen Memoiren sind in der Tat ergötzlich und es zeigt sich, dass er am Beginn noch nicht im Bild war, welcher große Wurf hier gelingen würde. Er hatte damals als Librettist alle drei angesehensten Opernkomponisten Wiens zugleich unter der Feder, was gewiss eine immense Herausforderung war. Die Zweifel des Kaisers am Gelingen einer solchen Aufgabe beruhigte Daponte mit der Entgegnung, er würde eben nachts für Mozart schreiben und dabei an Dantes Hölle denken, morgens für Martijn und Petrarca lesen und abends für Salieri arbeiten, wobei Tasso sein Gefährte sein werde. Auf diese Weise habe er so dann immer eine Flasche Tokaia und spanischen Tabak vor sich, sowie die Tochter seiner Wirtin als Holdemuse neben sich mit der Arbeit begonnen und in zwei Monaten sei alles fertig gewesen. Und Mozart, wenn er mit Anfang April das Textbuch dieses dichterischen Lebensgerichtes in Händen hatte, so war seine Seele auf dessen Inhalt mit verdoppelter Energie gerichtet. Er empfing eben damals die Nachricht von der schweren Erkrankung seines Vaters, die ihn auf durchaus merkwürdige Äußerungen über den Tod als den wahren Endzweck unseres Lebens und den wahren besten Freund des Menschen führt. Vom näheren Zusammenhang werden wir noch hören. Mozart hatte kurz zuvor seinen liebsten besten Freund Graf Hatzfeld verloren und er verlor jetzt am 28. Mai 1787 gar den geliebten Vater. Das Gemollquintett stammt aus dieser Zeit und es ist gewissermaßen ein Vorspiel zum Don Giovanni. Zur selben Zeit damals weilte auch der gerade 16-jährige Bonnerhof-Organist Ludwig van Beethoven bei ihm. Doch wurde er von Mozart nur so weit beachtet als dass er ihm einen die Welt erfüllenden Ruhm voraussagte. Zu sehr war er auch schon mit der neuen Arbeit erfüllt. Im darauffolgenden September starb dann Mozarts Freund Dr. Barisani der ihn selbst zwei Jahre zuvor in lebensbedrohender Krankheit behandelt hatte und Mozart schreibt zu diesem Todesfall Ihm ist wohl aber mir uns und allen die ihn genau kannten uns wird es nimmer wohl werden bis wir so glücklich sind ihn in einer besseren Welt wieder auf nimmer scheiden zu sehen Mozarts Gedanken ging damals über das Grab hinaus und trachteten danach in den ewigen Zusammenhang der Dinge zu dringen Das war die Stimmung den Don Giovanni zu schreiben Selbst in das hellste Licht des Lebens fallen schließlich die dunklen Schatten der Vernichtung Anfang September 1787 befanden sich Mozart unter Ponte in Prag Constanze war ebenfalls mitgereist sie hatte vor allem dafür zu sorgen dass dem tiefsinnigen arbeitenden Geist von außen keine Störung erreichte Der persönliche Verkehr mit den Sängern erhöhte die innere Anregung Mozarts der erste Don Giovanni Luigi Bassi wird noch fast 40 Jahre später vom tauben Beethoven als feuriger Italiener gelobt Die Sängerinnen jedoch waren nicht gerade hervorragend Mozarts Prager Freunde erinnerten sich noch später an die schönen Stunden mit ihm in der Böhmischen Hauptstadt In In Weingarten den Die Overtüre hatte er nebst zwei anderen Entwürfen seinen Freunden sogar bereits vorgespielt Um seinen Geist wachzuhalten musste Constanze ihm Geschichten erzählen Es waren Märchen wie Aladdins Wunderlampe Aschenputtel und manch liebliche Poesie der dichtenen Volksfantasie Mozart musste darüber oft bis zu Tränen lachen Schließlich überwältigte ihn doch die Müdigkeit und seine Frau ließ ihn wenigstens einige Stunden schlafen Denn bereits in der Früh erhielten die Abschreiber das Werk Und Mozart hatte wahrlich keine Arbeit und Mühe gescheut um für Prag etwas Vorzügliches zu leisten Er selbst versicherte man solle nur nicht glauben Niemand habe wohl so viel Fleiß darauf verwendet wie er Das berühmte Reich mir die Hand soll Mozart dem Don Giovanni fünfmal komponiert haben Er studierte die Stücke selbst und einzeln mit den Sängern Ein Jahr das Minuet tanzte er gar selbst vor Merkwürdigerweise nannte Mozart selbst einmal Kelly gegenüber seine Leistungen im Tanzen bedeutender als die in der Musik Die Darsteller jedenfalls waren Voll Willigkeit und Begeisterung und nicht zuletzt infolgedessen wurde auch die Aufführung des Don Giovanni eine ganz ausgezeichnete Sie fand am 29. Oktober 1787 statt Das Prager Haus war zum Erdrücken voll und bereits der Empfang Mozarts provozierte endloses Klatschen Und Aufnahme des Werkes war derart dass der Theaterdirektor den bereits wieder nach Wien zurückgekehrten Librettisten schrieb Es lebe da Ponte Es lebe Mozart Alle Direktoren alle Sänger sollen sie preisen Solange diese beiden leben weiß man nicht von Theater Elend Mozart selbst sprach wie immer bescheiden bloß vom lautesten Beifall und und bemerkte gegenüber einem Wiener Freund Ich wollte meinen Freunden wünschen dass sie nur einen einzigen Abend hier wären um Anteil an meinem Vergnügen zu nehmen Vielleicht wird sie in Wien doch aufgeführt Ich wünsche es Man wendet hier alles mögliche an um mich zu bereden ein paar Monate hier zu bleiben und noch eine Oper zu schreiben Ich kann aber diesen Auftrag so schmeichelhaft er ist nicht annehmen Hören wir die beiden größten deutschen Dichter zum Don Giovanni Am 29. Dezember 1797 hat Schiller an Goethe geschrieben Er habe immer ein gewisses Vertrauen zur Oper gehabt dass sich aus ihr das Trauerspiel in einer edleren Gestalt loswickeln sollte Sie stimme durch die Macht der Musik das Gemüt zu einer schöneren Empfänglichkeit und es könne aus diesem Wege am Ende sich gar das Ideale auf das Theater stehlen Goethe antwortete kurz ihre Hoffnung würden sie neulich im Don Juan auf einen hohen Grad erfüllt gesehen haben dafür steht aber auch dieses Stück ganz isoliert und durch Mozarts Tod ist alle Hoffnung auf etwas ähnliches vereitelt Dass wir heute doch das Gegenteil sagen können verdanken wir zum größten Teil dem Figaro und Don Giovanni Glucks Forderung der dramatischen Charakteristik ist hier auf den höchsten Grad erfüllt dies verdankte Mozart seiner genaueren Bekanntschaft mit den Erfordernissen des Dramas und seiner souveränen Beherrschung aller Mittel der Musik zwar erhalten uns die einzelnen abgeschlossenen Musikstücke mit ihren sich wiederholenden Kadenzen stets das Bewusstsein dass wir es mit einem Musiker und trotz allem mit der herkömmlichen italienischen Oper zu tun haben aber dieser Musiker ist dann wieder von einer so sicheren poetischen Intuition dass ihm gerade der dichterische Stoff zu stets neuer Erfindung in seiner Kunst verhilft Mozart hat in der Oper das unerschöpfliche Vermögen der Musik dargetan jeder Anforderung des Dichters an ihre Ausdrucksfähigkeit in undenklichster Fülle zu entsprechen und bei seinem völlig unreflektierten Verfahren hat der herrliche Musiker auch in der Wahrheit des Ausdrucks in der unendlichsten Mannigfaltigkeit seiner Motivierung dieses Vermögen der Musik in bei weitem reicherem Maße aufgedeckt als Glück und alle seine Nachfolger so sagt derjenige Meister der allein auf diesem Gebiet sein wahrer Nachfolger geworden ist Richard Wagner Und in dieser dramatischen Hinsicht stehen der Figaro und Don Giovanni durchaus voran Die edelsten Errungenschaften von Idomineo und Entführung treten hier in der möglichsten Vollendung und energischen Konzentration wieder hervor Es ist ein Wunder an Kraft und Anmut Geist und Wohllaut an Schwung Erhabenheit und innigstem Gefühl zugleich Figaros Hochzeit und Don Giovanni sind ein Stück des Lebens der modernen Menschheit überhaupt und Mozart entfaltete in ihnen zuerst völlig sein unerschöpfliches Genie so dass diese Werke heute gleich der Antike und der Renaissance Kunst der ganzen gebildeten Welt gehören Der Schluss von Mozarts Schaffen zeigt ein Zusammenfassen all seiner Lebenseindrücke und Geistes Anschauungen in ihrer Tiefe und vor allem die Zauberflöte wurde durch ihre rein menschliche und sittlich religiöse Tendenz zum Ausgangspunkt der Bestrebungen einer Kunst aus der sich dann wieder das universelle Kunstschaffen des folgenden Jahrhunderts gebar zu diesen Darstellungen für das fünfte und letzte Kapitel unserer Biografie 5. Zauberflöte Titus Requiem 1787 bis 1791 Kurz nach dem Erfolg des Don Giovanni schreibt Josef Haydn eben nach Prag wo also Mozart selbst eine weitere Opernkomposition bereits abgelehnt hatte Sie verlangen eine Operabuffer von mir recht herzlich gern wenn sie Lust haben etwas für sich allein zu besitzen aber für das Prager Theater hätte er viel zu wagen nachdem der große Mozart schwerlich jemanden anderen zur Seite haben könne denn fährt Haydn fort könnte ich jede Musik freuen besonders aber den großen die unnachahmlichen Arbeiten Mozarts so tief und mit einem solchen musikalischen Verstande mit einer so großen Empfindung in die Seele prägen als ich sie begreife und empfinde so würden die Nationen wetteifern an solches Kleinod in ihren Ringmauern zu besitzen Prag solle den teuren Mann festhalten aber auch belohnen denn ohne dieses sei die Geschichte großer Genien traurig mich zürnt es dass dieser einzige Mozart noch nicht bei einem kaiserlichen oder königlichen Hofer engagiert ist schließt Haydn verzeihen sie dass ich aus dem Gleise komme ich habe den Mann zu lieb warum taten denn die großen Musikfreunde nichts für Mozart doch der Erfolg des Don Giovanni in Prag war freilich auch in Wien ein Thema und da man hörte Mozart wolle Österreich verlassen und nach England gehen ernannte ihn Kaiser Josef II. am 7. Dezember 1787 zu seinem Kammerkomponisten mit einem Salär von 800 Gulden Zu viel für das was ich leiste zu wenig für das was ich leisten könnte schrieb Mozart selbst darüber denn er hatte in seiner Stellung nichts zu leisten als für die kaiserlichen Redouten die Tanzmusik zu schreiben und als kurz zuvor durch den Tod Glucks am 15. November desselben Jahres die Stelle als Kapellmeister mit einem Verdienst von 2000 Gulden frei geworden war wurde Antonio Salieri Mozart vorgezogen immerhin aber gab der Kaiser seine Zustimmung zur Aufführung des Don Giovanni in Wien wobei Aloysia Lange die Rolle der Donner Anna übernahm Die erste Aufführung fand am 7. Mai 1788 statt und die Oper fiel vor dem Wiener Publikum durch Alle Welt erzählte der Librettist da Ponte Mozart allein ausgenommen war der Ansicht das Stück müsse umgearbeitet werden Wir machten Zusätze änderten Stücke und zum zweiten Mal Don Juan gefiel nicht Dies hinderte wiederum nach da Pontes Bericht nun jedoch den Kaiser nicht daran zu äußern dass das Werk herrlich und noch schöner als der Figaro sei Aber eben kein Bissen für die Wiener Lasst ihnen nur Zeit ihn zu kosten antwortete Mozart und in der Tat mit jeder Aufführung steigerten sich der Zuspruch und der Erfolg Schlussendlich wurde die Oper jedoch bloß fünfzehn Mal gespielt Josef Hayden meinte zu dieser Zeit im Rahmen einer Gesellschaft beim Grafen Rosenberg wo sich nicht gerade die Freunde Mozarts zu versammeln pflegten er wisse nicht über welche angeblichen Gebrechen des Werkes so eifrig diskutiert wird aber eins wisse er mit Sicherheit nämlich dass Mozart der größte Komponist sei den die Welt gegenwärtig habe und unterweilen litt Mozart materielle Not auf den 17. Juni 1788 ist der erste jener traurigen Briefe an seinen Freund den Kaufmann Michael Buchberg datiert in dem das Ausmaß der Lage Mozarts während der letzten Lebensjahre aufgedeckt wird und das trübe frühe Ende des Meisters gleichsam angekündigt ist Der Don Giovanni hatte Mozart in Wien ganze 225 Gulden eingebracht Seine Kompositionen waren nach Inhalt und Spiel für die meisten Menschen offenbar zu schwer Doch Mozarts Kunstgefühl gestattete es ihm nicht anders zu schreiben weshalb ihm auch die Verleger nicht mehr zu zahlen vermochten Alle Einnahmen kamen unregelmäßig und der gesamte Haushalt obwohl einfach geführt verlangte viele Ausgaben denn Mozart und seiner Frau wurden rasch hintereinander mehrere Kinder geboren Konstanze lag wiederholt schwer krank im Bett einmal gar ganze acht Monate lang Meine Frau war gestern wieder elend Heute befindet sie sich Gottlob wieder besser Ich bin doch sehr unglücklich immer zwischen Angst und Hoffnung schließt einer jener Briefe in denen er Puchberg um eine augenblickliche Unterstützung nach seinem Belieben bittet Diese stets vorhandene innere und vor allem äußere Bedrängnis war eine ständige Prüfung für Mozarts besseres Wesen und verbleiben durch Mozarts Werk auch immer die schönsten Zeugnisse der Reinheit seiner Gesinnung und der Tiefe seiner Empfindung so kann man dennoch erahnen welch trauriges Bild sich bezüglich der letzten Lebensjahre dieses großartigen Künstlers ergibt Es ist Mozarts Geist selbst der zuletzt über alle Trauer und Bitterkeit erhaben bleibt denn er ließ sich in seinem künstlerischen Ausdruck kaum trüben Dem Phönix gleich entschwebte er jeder brennenden Not aufs Neue und in immer glänzenderem Gewande und stets höherem dass ein letzter Ton auch ein wirklicher Schwanengesang ein nie vernommenes wonnig wehmutvolles Klingen aus anderen höheren Welten war Den Namen Schwanengesang hat sogar die Sinfonie in E-Dur erhalten die Mozart in eben diesen Sommertagen des Jahres 1788 fertigstellte Liebe und Wehmut Tönen in holden Geisterstimmen heißt es so schön in Hoffmanns berühmtem Fantasiestückchen Die Nacht geht auf im hellen Purpur Schimmer und in unaussprechlicher Sehnsucht ziehen wir in den Gestalten nach die freundlich uns in ihre Reihen winkend in ewigem Sphären Tanze durch die Wolken fliegen und unmittelbar folgen die so überaus energisch lebensvolle Sinfonie in G-Moll und die Jupiter Sinfonie Mozart Wer solche Werke schreibt kennt gewiss höhere Freuden als die Welt geben und rauben kann auch das wehmütig Ernst der Kleine Hamoll Adagio für Klavier stammt aus diesem Jahre 1788 Händels kraftvolle Natur tritt damals in Mozarts Sphäre er bearbeitet für einen gönnerischen Freund den frühen Gesandten in Berlin Baron von Zwieten der uns auch bei Beethoven begegnet Aziz und Galatea und den Messias Händel so soll Mozarts Urteil gelautet haben wisse am besten was großen Effekt tut wo er das wolle schlage er ein wie ein Donnerwetter und es sei überall auch in seinen hergebrachten Arien etwas darin bald aber sollte Mozart etwas noch größeres kennenlernen das ihm zugleich in jeder Weise imponieren musste Johann Sebastian Bach Denn die freie Reform Händels und seine dramatische Charakterisierung waren ihm nicht neu und dass er selbst eine Schlagkraft besaß wie Händel wissen wir vom Illumineo her allein Bachs Erscheinung war dem Menschen wie dem Künstler eine neue und doch längst tief innen geahnte und gekannte Welt Mozart reiste im April 1789 via Prag nach Dresden und Leipzig und dort lernte er Bach sozusagen von Angesicht zu Angesicht das heißt in seinen kirchlichen Gesangskompositionen kennen Doch diese Kunstreise zu der Mozart von seinem Freund und Schüler Fürst Lichnowski motiviert worden war sollte schließlich nach Berlin führen wo so meinte Lichnowski er Mozart vielleicht beim überaus Musik liebenden Friedrich Wilhelm II. nützen konnte In Prag hatte der Theaterdirektor Mozart 200 Dukaten für eine neue Oper sowie 50 weitere Dukaten Reisegeld mitgegeben was Mozart von vornherein die Schwingen lüftete Einer der alten Münchner Freunde der Oboist Ram der von Berlin gekommen war erzählte Mozart ebenfalls schon in Prag dass der preußische König sehr oft und zu dringlich gefragt habe ob Mozart denn auch gewiss nach Berlin komme nach diesem zu schließen meinte Mozart sollen meine Sachen nicht schlecht gehen doch der Reihe nach in Dresden spielte Mozart bei Hofe vor Kurfürst Friedrich August III. von Sachsen und er erhielt eine recht schöne Dose mit 100 Dukaten dann ging es wie gesagt nach Leipzig wo er an der Orgel der Thomaskirche improvisierte und sich mit dem Nachfolger des großen Bach dem Thomas Kantor Johann Friedrich Dohles bestens verstand ein Augen- und Ohrenzeuge berichtete Dohles war entzückt über des Künstlers Spiel und glaubte den alten Sebastian Bach auf erstanden Mozart gab in Leipzig dann noch ein Konzert und studierte vor allem intensiv Bachs Motetten was auf ihn einen tiefen Eindruck machte doch die Oper bot Mozart in Leipzig keine Gelegenheit seine Kunst zu zeigen und für die Kirche zu schreiben hatte wenig Reiz seit durch die Reformen Josefs II. auch die Seelenspende der Musik sogar bei einem Gottesdienst der aus eigenster Erfordernis sich diese Kunst erschaffen hatte auf das Empfindlichste beschränkt worden war Dass Mozart sich aber innerlich auch mit dem erhabenen Friedenbachs dieses mächtigen Kantors berührt hatte werden uns bald seine eigenen Kompositionen zeigen Die nähere Kenntnis des alten Bach war der einzig dauernde Gewinn der langen und weiten Reise von Wien nach Berlin und zurück Eine Woche nach der Abreise aus Leipzig war Mozart in Berlin am Hofe von Friedrich Wilhelm II. Der König bot Mozart an die Leitung der Hofkapelle mit einem Jahresgehalt von 3000 Talern zu übernehmen doch der österreichische Komponist vermochte dieses ehrende Angebot nicht anzunehmen Soll ich meinen Kaiser verlassen? soll Mozart gesagt haben Darin sprach sich das ganze österreichische Heimatgefühl des Künstlers aus der befürchtete dass ihm in Brandenburg der fruchtbare Wiener Boden fehlen würde So blieb es dabei dass Mozart bloß drei Quartette für das Berliner Königshaus schrieb denn diese Musik liebte Friedrich Wilhelm II. der selbst Cello spielte am meisten Der finanzielle Ertrag für Mozart war aber nun freilich relativ gering Daheim in Wien drängten Mozart dann einige Freunde dem Kaiser wenigstens die Sachlage vorzutragen denn der preußische König hatte sein zuvor erwähntes Angebot an Mozart für ein Jahr offen gehalten Doch das Resultat der diesbezüglichen Audienz war kurz und knapp Was Sie wollen mich verlassen fragte der Kaiser und Mozart antwortete sofort Ehrwürdige Majestät Ich empfehle mich zu gnaden Ich bleibe Meinem Freund der Mozart geraten hatte den Kaiser vor dem gegebenen Hintergrund wenigstens um eine Gehaltserhöhung zu bitten entgegnete der Künstler Der Teufel denke in solcher Stunde daran Offenbar war dem Österreicher Mozart sein Kaiser Josef ein Ideal dem er treu bleiben wollte Und immerhin auf Anordnung des Kaisers wurde zunächst der Figaro in Wien wieder aufgenommen Darüber hinaus wurde Mozart eine neue Oper aufgetragen zu deren Text die leichtsinnige Wette zweier Offiziere Anlass gegeben haben soll Cosi van Tutte So machen's alle oder Die Schule der Liebenden Zwei Offiziere wetten mit einem dritten Mann wegen der Treue ihrer Bräute und wirklich gelingt es ihnen schließlich sie einander abspenstig zu machen worauf sie sich eben mit dem schlechten Trost bescheiden so machen es eben alle Cosi van Tutte wurde am 26. Januar 1790 aufgeführt fand durchaus Erfolg und wurde neunmal wiederholt doch der der es veranlasst hatte sah es nicht mehr Kaiser Josef der Zweite war damals bereits krank und verstarb im Februar dieses Jahres ohne dass er zuvor für die erhoffte materielle Besserstellung Mozarts gesorgt hätte Nachdem Mozarts Andienung bei Josefs Nachfolger Leopold keinen Erfolg hatte musste er abermals sein Glück außerhalb Wiens versuchen er machte sich auf die letzte Kunstreise seines Lebens Im September 1790 fuhr Mozart zur Kaiserkrönung von Leopold II. nach Frankfurt am Main über Linz Regensburg Nürnberg und Würzburg Doch weder auf der Reise noch vor Ort gelang es Mozart so in Erscheinung zu treten dass sich die Reise wie eigentlich geplant für ihn in irgendeiner Weise finanziell gelohnt hätte Im Gegenteil das für die Reisekosten verpfändete Familiensilber konnte er nach seiner Rückkehr nur zum Teil wieder auslösen So kehrte Mozart zwar persönlich erheitert und erfrischt aber ohne materielle Verbesserung nach Wien zurück Dort war zu dieser Zeit der Leiter einer Londoner Konzertgesellschaft mit Namen Salomo eingetroffen um Josef Haydn dessen alter Fürst Esterhazy soeben gestorben war nach London zu führen Später sollte eventuell Mozart folgen Der Abschied von dem alten Papa war rührend Wir vernahmen schon zuvor Haydns tiefes Gefühl für Mozart Wir werden uns wohl das letzte Lebewohl in diesem Leben sagen sprach Mozart mit Tränen zu dem so viel älteren Manne der wohl eher an seinen eigenen Tod denken konnte Doch Mozart ahnte nur zu richtig Haydn weinte bittere Tränen als er ein Jahr später in London Mozarts frühen Tod erfuhr Die Nachfeld bekommt nicht in hundert Jahren wieder solch ein Talent schrieb er und noch viele Jahre später verzeihen sie mir ich muss immer weinen beim Namen Mozart Kurz zu einer weiteren Facette in Mozarts Leben die vor allem rund um die Entstehung der Zauberflöte von Bedeutung ist Wir kennen ja schon Mozarts inniges religiöses Gefühl Es hat sich uns bei den entsprechenden Anlässen auf das Unbefangenste enthüllt Ich wünsche dir die Gnade Gottes die dich aller Orten begleite die dich niemals verlassen wolle und niemals verlassen wird wenn du die Schuldigkeit eines wahren katholischen Christen auszuüben beflissen bist hatte der Vater geschrieben als Wolfgang auf die große Pariser Reise ging Allein es war damals allgemeiner das Bedürfnis erwacht auch außerhalb der Kirche die letzten Dinge zu ergründen und in ernstem Gespräche einander gegenseitig die Rätsel der eigenen Seele aufzudecken und dies umso mehr als die protestantische Kirche damals in den Gegensatz von Orthodoxie und Nationalismus zerklüftet die katholische aber im Dogma erstarrt und wieder einem fast theatralischen Tant des Kultus verfallen war also beide Gottesdienste dem Gebildeten seine geistigen Bedürfnisse wenig befriedigen zu können schienen die Vereinigung der Geister führte bald zu Bünden und Orden von denen der der Freimaurer die größte Bedeutung erlangte von den Männern die eben unsere geistige Belebung und Veredelung im Auge hatten gehörten Lessing Wieland Herder und Goethe diesem Orden an und da seine sittliche Tendenz die höchsten Tugenden des Christentums zu verwirklichen trachtete Reinigung des Gemüts durch Selbstopfer und tätige Hilfe für alles was Mensch heißt wie sollte da nicht eine Natur wie die Mozarts sogleich von allen Seiten für diese Bestrebungen eingenommen gewesen sein wir finden Mozart denn auch schon bald in diesem Orden und es ist ihm so ernst vor allem mit dieser Lehre vom heiligen Wesen des Todes als wahrer Endzweck unseres Lebens und Sinnbild der stets zu verwirklichenden Selbsthingabe dass er nicht nachlässt bis sein Vater ebenfalls dem Orden beigetrieben ist ihre gegenseitige Korrespondenz zu diesem Gegenstand ist freilich von ihnen vernichtet worden aber Zeugnis von diesem Ernst mit dem Mozart diese erhabenen Wahrheiten des Christentums auch außerhalb der Kirche nahm gibt uns eben die Zauberflöte und sie entstand in folgender Weise Immanuel Schikaneder der schon 1780 in Salzburg den jungen Mozart für sich zu verwenden gewusst hatte war seit einigen Jahren in Wien und hatte ein kleines hölzernes Theater im Freihaus in Wieden seine unverwüstliche gute Laune machte ihn zu einem guten Gesellschafter und Mozart verkehrte schon länger und gerne in Schikaneders theatralischen Kreisen zu diesem Zeitpunkt nun wir schreiben das Frühjahr 1791 war Schikaneder der als echter Theaterdirektor bereits große Erfolge verbuchen konnte aber auch oft mangels solcher Erfolge gedarbt hatte durch die Konkurrenz der Leopoldstädter Bühne an den Rand des Verderbens gebracht worden er kommt aus diesem Grund zu Mozart um ihn um eine Zugoper zu bitten den passenden Stoff meint Schikaneder habe er bereits eine Zauberoper und er Mozart sei gewiss der rechte Mann um die Musik dazu zu schreiben Zunächst wirkte dieses Ansinnen etwas unwürdig Mozart der kaiserliche Kammerkomponist der große Werke wie den Figaro oder den Don Giovanni geschaffen hatte sollte eine Zauberoper für eine Bretterbude in der Vorstadt schreiben Doch das anfängliche Zögern Mozarts wich bald Schikaneders Schilderung seiner größten Notlage mag hierzu beigetragen haben denn Mozart kannte solche Situationen aus seinem eigenen Leben nur allzu gut und war selbst oft auf die Unterstützung durch Freunde angewiesen hinzu kam freilich noch die Freimaurer Bruderschaft zumindest äußerlich gab sich Mozart jedoch noch etwas skeptisch wenn wir ein Malheur haben so kann ich nichts dazu denn eine Zauberoper habe ich noch nicht komponiert mit diesen Worten ging Mozart auf den Plan ein und auch sofort an die Arbeit als Hauptsache in der Zauberflöte Galchica Neder der charakterlich mitunter denn doch ein Possenreißer war der Federmann Papageno der die gutmütige etwas furchtsame launige und leichtlebige Natur des gewöhnlichen Wieners darstellen sollte Für Mozart hingegen war das gewählte Märchenspiel ein Widerschein des Lebens wie es ihm schon lange vor der Seele stand und ihm lag vor allem das Liebesbarmherzen das durch Herbes Schicksal getrennt einander umso inniger im Bund der Liebe finden sollte Aber auch der ideale Zauber und die Verklärung aller anderen in diesem Schon im Juli konnten die Proben des ersten Aktes beginnen Denn Schikaneder hatte Mozart ganz für sich zu gewinnen und an sich zu fesseln gewusst ihm sogar das Gartenhaus im Freihof eingeräumt und ihn stets heiter zu stimmen versucht Aus diesen Tagen stammen auch Gerüchte die Mozart selbst als einen leichtfertigen Genuss Menschen darstellten Doch man braucht nur die gleichzeitigen Briefe an seine Frau die das mit diesen äußeren Lustbarkeiten seine Seele nichts zu tun hatte und dass er mit der größten Anstrengung arbeiten musste um mit Frau und Kind nur leben zu können versetzte seinen ganzen Organismus in einen Krampf den eben nur Geselligkeit und Wein zu lösen vermochten Solche höchste Steigerung und Zusammenfassung aller geistigen und physischen Potenzen wie das künstlerische und vor allem das musikalische Schaffen sie naturgemäß mit sich bringt führt auch notwendig zu dem Bedürfnis nach Entspannung und wenn es nur für Momente wäre Dass Abashikaneder solche Momente herbeizuführen wusste um seinerseits den Komponisten wieder ganz für seine Zwecke zu besitzen erfahren wir aus der Nachricht dass er nach Mozarts so je erfolgtem Tod umherging und laut schrie sein Geist verfolgt mich allenthalben er steht immer vor meinen Augen Doch wichtiger als diese Fragen ist dass Mozart durch die doch immer etwas ausgelassene Existenz dieser Tage gerade auch auf das Energischste in das eigene Innere zurückgeschleudert wurde In diesem Sinne wirkten zwei Begebenheiten zur gleichen Zeit und mit vereinter Gewalt auf Mozart Bereits im Mai 1791 hatte sich Mozart um die Stelle eines musikalischen Beigehilfen am Stephanstom beworben da er sich dafür durch seine auch im Kirchenstile ausgebildeten Kenntnisse vor anderen fähig halten dürfe und schon längst wünschte er wieder auf diesem Gebiet tätig sein zu können dessen josephinische Beschränkungen der neue Kaiser aufgehoben hatte und jetzt erreichte Mozart der Auftrag zu einem Requiem einer Seelenmesse also dem ernstesten was der Musik geboten war und dies geschah unter höchst sonderbaren ja mysteriösen Umständen ein langer hagerer und grau gekleideter Mann mit ernstem Gesichtsausdruck überbrachte die Bestellung in einem sehr schmeichelhaften Brief Mozart teilte die Sache seiner Frau mit und äußerte dabei es verlange ihn tatsächlich wieder einmal in dieser Gattung seiner Kunst tätig zu sein und ein Werk auszuarbeiten an dem Feinde wie Freunde noch nach seinem Tod studieren sollten Er nahm den Auftrag an und verlangte als Preis ganze 50 Dukaten ohne jedoch den Zeitpunkt der Ablieferung zu bestimmen Der Bote kam wieder zahlte das Geld und versprach noch eine Zulage Der Komponist übermittelte er möge ganz nach Stimmung und Laune schreiben und sich übrigens keine Mühe geben den Besteller zu erfahren da dies gewiss vergeblich wäre Wir wissen heute dass es Graf Walsek Stuppach war der das Werk anonym bestellt hatte um es als sein eigenes auszugeben und zur Todesfeier seiner Gattin aufführen zu lassen Doch Mozarts Fantasie wurde damals von diesem geheimnisvollen erfasst als hätte er ein Geheiß von oben erhalten denn seine Seele war schon ganz von den Gedanken erfüllt die über das Leben hinaus führen dies die eine Begebenheit hinzu kam nun noch ein anderer Umstand Als der erste Akt der Zauberflöte bis auf das Finale bereits fertig war da musste Schikaneder erleben dass gerade das Leopoldstädter Konkurrenz Theater denselben Stoff mit dem größten Erfolg zur Aufführung brachte Doch seine anfängliche Verzweiflung bringt auch hier schließlich guten Rat und rechte Tat hervor Es wurde beschlossen die Spitze des Stückes genau umzukehren Man machte aus Mino wiederholen soll den Weisen und Menschenfreund Sarastro und aus der betrübten Mutter die böse Königin der Nacht Ist nun dadurch auch eine merkliche Ungleichheit und manches Widersprechende in das Ganze gekommen so war doch jetzt auch Mozarts volle innere Seele für die Sache gewonnen und wir verdanken diesem Zufall die schönsten und ernstesten Ergüsse aus seinem Geist und Herzen Denn es war eben die Mittelpunkt des Werkes wurde Durch ernste Prüfung ihrer sittlichen Kraft sollen die sterblich Geborenen ihr höheres unsterbliches Teil und damit ihr Glück gewinnen So reinigt und heiligt sich hier auch der Bund der beiden Liebenden zu jenem tieferen Lebensbunde der Ehe die durch das Wirken in Liebe und Hingebung von aller Leidenschaft befreit und erst den ganzen Zweck und Gehalt der Liebe hervortreten lässt Der Vollendung der beiden Werke der Zauberflöte und des Requiems türmten sich freilich zunächst bedeutende Hindernisse entgegen Die böhmischen Stände bestellten zu Leopolds Krönung eine große Oper Titus der Milde Für das Werk blieben Mozart nur wenige Wochen Er begab sich sofort auf die Reise Es war etwa Mitte August und Constanze begleitete ihn wieder Als sie in den Wagen steigen wollten stand der seltsame graue Bote da Mozart beruhigte ihn nach der Rückkehr soll er das Requiem die erste Arbeit sein Doch war es ihm wie neue Mahnung das letzte Lebenswerk nicht aufzuschieben denn als solches verstand er diese Seelenmesse und er fühlte sich bereits unwohl Die allzu große Anstrengung in Prag in bloß 18 Tagen war der Titus geschrieben und studiert beschleunigt den raschen Verfall der ohne dies stets übermäßig angespannten Lebenskräfte Mozarts Hinzu kam der mangelnde Erfolg des Werkes denn diesmal war das Eile mit Weile vergessen und das eine Quintett großen dramatischen Stils im ersten Finale konnte selbst den hier gewiss nachsichtigen Pragern den Mangel eigentlicher mozartscher Kunst nicht verdecken Titus blieb eine Opera Serie ein Arienbündel und der gewohnte Beifall fehlte sogar in Prag Mozart war deswegen sehr niedergeschlagen er benötigte Arzneien sah blass aus und seine Miene war zumeist traurig Mitte September war Mozart wieder in Wien und er konzentrierte sich nun auf die Fertigstellung und Inszenierung der Zauberflöte sie konnte die Scharte seines Ruhmes wieder auswetzen darüber hinaus wurde sie nun auch ein Stück seiner höheren Lebensaufgabe denn Kaiser Leopold hatte auch den Freimauer Orden aufgehoben und dessen nächste humane Tendenzen in jeder Weise schön ans Licht zu stellen war jetzt einfache Ordenspflicht und und Leuchten Gesang Gesang Es Es liegt Es liegt wie der Morgenschimmer des ersten Schöpfungstages über dieser Zauberflöte Und dem entsprach denn auch die Aufnahme des Werkes dessen Popularität heute wohl in keiner Nation ihres gleichen hat Am 30. September 1791 fand die erste Aufführung statt Mozart selbst dirigierte vom Flügel aus Seine Schwägerin Josepha sang die Königin der Nacht Doch nach der Overtüre war das Publikum in merkwürdiger Weise ganz still Wer erwartete in einer Zauberoper solch feierlich anrufende Klänge und auch nach Schluss des ersten Aktes war der Beifall ebenfalls nicht allzu groß und Mozart soll blass und bestürzt zu Schikaneder gekommen sein der ihn beruhigt und getröstet habe Während des zweiten Aktes aber bemerkte schließlich auch diese bunte Menge was hier zugleich dem innersten Menschen geboten wurde freilich Mozart war jetzt nur mit Mühe zu bewegen auf die Bühne hervor zu treten es hatte ihn gekränkt dass man das beste was ergeben konnte nicht sofort ausreichend gewürdigt hatte doch nun war der stürmische Beifall nicht enden wollend Antonio Salieri der die Oper sah meinte über die Qualität der Zauberflöte sie sei würdig bei der größten Festlichkeit vor dem größten Monarchen aufgeführt zu werden und wie oft ist dies nicht in der Folgezeit geschehen wie oft wurde die Zauberflöte nicht bis heute vor einem begeisterten Publikum aufgeführt nach der ersten Inszenierung seiner Zauberoper unterbrach Mozart die Arbeit am Requiem nicht mehr die Tätigkeit am Theater überließ er daher einem jüngeren Kapellmeister Mozart schrieb oft bis zwei Uhr nachts einem sehr nahestehenden Wiener Freund schlägt er den Musik Unterricht für eine Dame ab er habe eine Arbeit unter Händen erklärte Mozart die dringend sei und ihm sehr am Herzen liege bis diese vollendet sei könne er nichts anderes denken schon während der Arbeit an den letzten Stücken der Zauberflöte wie dem Marsch und dem Chor Uises und Osiris war Mozart zuweilen erschöpft auf den Stuhl zurückgesunken und von kurzen Ohnmachtsanfällen übermannt worden und noch weniger achtete er auf seinen körperlichen Erschöpfungszustand jetzt wo es galt unmittelbar und am heiligen Ort selbst seiner Empfindung des Ewigen ein würdiges Denkmal zu setzen und diese Schrecken der Schuld waren ihm ernst er kannte sie wenn auch nur als Schwachheit aber ebenso kannte er und noch unendlich tiefer die vergebene Liebe die der Lebensgrund seiner eigenen Seele war das gewaltige christliche mittelalterliche Gedicht des Dies ihre regte dazu seine ganze Fantasie an er wollte der Welt zeigen was ihr schmerzlich tragischer Inhalt war und ihre beseligende Versöhnung ist gewiss ist niemals aufrichtiger der religiöse Ausdruck der Seelenmesse künstlerisch gewollt worden dass nur einzelne Momente auch diesem tiefen religiösen Sinne so völlig entsprechen wie wir dies bei Mozarts weltlichen Kompositionen für den ihnen eigenen Inhalt empfinden dafür ist der Grund eben seine zu lange und zu ausschließliche Beschäftigung mit der Oper deren ganzer Ton wie wir bereits sahen außerdem selbst der jetzt herrschenden Musik dieses Kultus fremd war aber diese Momente selbst vor allem die erschütternden Akkorde des menschlichen Schuldbewusstseins und das Gedenke gnädig meines Endes am Schluss des Konfutatis so dann die rührende Bitte um liebendes Erbarmen im Lakrimosa diese Momente entsprachen der vollen religiösen Empfindung ihres Erschaffers wie seinem unübertroffenen künstlerischen Können und dies machte eben ihm selbst das Werk so innig wertvoll es war sein Schmerzenskind ja sein Todeslied Und wenn die Kunst auf diesem Gebiete später eigene und ganz anders geartete Bahnen zu wandeln hatte die Sprache des gotterfüllten Herzens und des reinsten Vertrauens auf die ewige Liebe und göttliche Gnade ist doch auch immer in diesem Requiem zu vernehmen ja sie ist ihr eigenster Hall Konstanze sah inzwischen ihren immer schwermütigeren Mann mit wachsender Sorge sie versuchte ihn mit allen Mitteln von der Arbeit zu Entfernen und durch Gesellschaft zu erheitern aber der sonst so gesellige Mozart blieb in sich gekehrt niedergedrückt und gab nur zerstreute Antworten öfters fuhr Konstanze mit ihm ins Freie hatte doch die Natur auf Mozart immer so befreiend und erheiternd gewirkt so waren sie auch an einem schönen Novembertag miteinander im Prater doch die sterbende Natur das Fallen des Laubes führten Mozart umso eher auf Gedanken des Endes der Dinge er begann vom Tode zu sprechen und sagte mit Tränen in den Augen ich weiß wohl das Requiem schreibe ich für mich Als sich Mozarts Zustand daraufhin weiter verschlechterte war Constanze aufs äußerste erschrocken sie konnte Mozart dazu bringen die Partitur des Requiems aus der Hand zu legen auch wurde ein Arzt herbeigerufen der absolute Ruhe empfahl dies wirkte sich tatsächlich so gut aus dass Mozart am 15. November für eine neu begründete Loge die Kantate das Lob der Freundschaft zu komponieren und kurz darauf Der Erfolg des Werkes aus dem eine zu ruhige Heiterkeit erhobene Stimmung spricht erfrischte Mozart selbst wieder er erklärte die geäußerten Gedanken über eine mögliche Vergiftung als reine Ausgeburt seines Unwohlseins und verlangte die Partitur des Requiems zurück um wieder daran zu arbeiten doch nach nur wenigen Tagen befiel ihn abermals die trübe Stimmung und seine Kräfte schwanden zusehends Ich fühle dass es bald ausmusiziert sein wird sagte er dem getreuen Hausmeister in der silbernen Schlange und bestellte ihn für den nächsten Tag zu sich nach Hause um eine Besorgung zu vereinbaren doch am folgenden Morgen empfing den Hausmeister schon in der Tür die Magd mit der Nachricht der heftigen Erkrankung Mozarts dieser sah den Hausmeister von seinem Bette aus blickte ihn starr an und meinte Josef heute ist's nichts wir haben heute zu tun mit Doktoren und Apothekern Er verließ das Bett nicht mehr und bald traten schlimmere Symptome auf die Besinnung jedoch schwand keinen Augenblick ebenso wenig seine liebenswürdige Milde und Güte nur bezüglich seiner Frau und seiner Kinder wurde ihm äußerst wehmütig gerade jetzt schien es als würden bessere Aussichten für die Familie eintreten der ungarische Adel und reiche Amsterdamer Musikfreunde verlangten gegen ein alljährliches bedeutendes Honorar Kompositionen von Mozart und dann der Erfolg der Zauberflöte an dem Mozart regesten Anteil nahm noch am Tage vor seinem Tod äußerte er seiner Gattin gegenüber Konstanze könnte ich doch noch einmal meine Zauberflöte hören und er summte dabei mit kaum vernehmbarer Stimme den Vogelfänger aber noch mehr lag ihm das Requiem am Herzen dessen Hauptzüge er so weit skizziert hatte dass sein Schüler Franz Xaver Süßmeier der auch die Rezitative zum Titus geschrieben hatte es später fertig zu stellen vermochte noch am Nachmittag vor der letzten Nacht seines Lebens ließ sich Mozart die Partitur ans Bett bringen der Tamino von Schikanedas Truppe nahm den Sopran Sarastro den Bass Schwager Hofer den Tenor und Mozart wie gewöhnlich den Alt so waren sie durch die sechs Sätze bis zu jenem Lakrimosa gelangt als Mozart plötzlich zu weinen anfing und die Partitur beiseite legte die Vorstellung des herannahenden Endes und der allerbarmen Liebe erfüllten sein Herz mit jener unsagbaren Empfindung die es wehmutsvoll beseeligt Überquellen macht Wir fühlen dies deutlich aus den unnennbar mild versöhnenden Tönen womit Güte die ewige Schuld des Menschen auszugleichen hat in diesem Satze des Werkes dargestellt Am Abend kam Mozarts Schwägerin Sophie Ach gut liebe Sophie dass sie da sind sagte sie müssen heute Nacht da bleiben sie müssen mich sterben sehen und als sie dies abschlägig beantworten wollte fuhr er fort ich habe ja schon den Todes Geschmack auf der Zunge ich rieche den Tod und wer wird dann meiner Konstanze beistehen Konstanze bat sie darauf einen Geistlichen herbeizuholen was jedoch einige Mühe kostete schließlich war der kranke Freimaurer und dieser Orden zugleich gegen mancherlei Institution der katholischen Kirche Als Sophie zurückkam fand sie Süßmeyer am Bett ihres Schwagers Mozart legte ihm gerade eine weitere Ausarbeitung des Requiems dar habe ich nicht gesagt dass ich es für mich schreibe sagte er dabei am Abend trat abermals eine Verschlechterung die letzte Verschlechterung seines Zustandes ein kalte Umschläge auf den glühenden Kopf erschütterten ihn so dass er nicht mehr zu Bewusstsein kam sein Sein letztes war noch wie er mit seinem Munde die Pauken aus seinem Requiem ausdrücken wollte das höre ich noch jetzt schrieb Mozarts Schwägerin Sophie 35 Jahre später gegen Mitternacht richtete er sich auf seine Augen waren starr dann wandte er den Kopf gegen die Wand und schien einzuschlafen um ein Uhr morgens es war der 5. Dezember 1791 war Wolfgang Amadeus Mozart verschieden wie grenzenlos elend seine treue Gattin sich auf ihre Knie warf und den Allmächtigen um seinen Beistand anrief ist mir unmöglich zu beschreiben sagt unser letzter Bericht sie warf sich in sein Bett um an derselben Krankheit zu sterben als wenn der Grund dieses Todes eine zufällige Krankheit gewesen wäre wie denn auch die drei ärztlichen Gutachten jeweils eine andere Angabe über die Ursache dieses frühen Sterbens machten Gehirnentzündung Frieselfieber Wassersucht Für das Begräbnis sorgte Franz Wieten doch da sich nur 60 Gulden im Nachlass vorfanden wurde ein allgemeines Grab genommen und so wissen wir heute eigentlich nicht genau wo sich Mozarts Grabstätte befindet denn als die erkrankte Konstanze später auf den Kirchhof ging war dort schon ein anderer Totengräber der die Stelle nicht mehr anzugeben vermochte auch war kein Freund der Bahre bis zum Kirchhof gefolgt sie kehrten alle des schlechten Wetters wegen am Stadttor um der Schädel Mozarts ist gerettet und befindet und befindet sich in Wien Der Sohn des Friedhofswärters hatte ihn heimlich aus dem Grabe wieder hervorgeholt Den Abschied von dieser trotz allem trüben dennoch lichten Künstlererscheinung möge ein Billett aus diesen letzten Tagen bilden das die mildige Fastheit Mozarts in seiner letzten Lebenszeit deutlich redend schildert Geirrterster Herr entgegnete Mozart hier der Warnung eines Freundes Ich würde gern ihrem Rate folgen allein wie es machen Mein Kopf ist verwirrt Ich sammle mich mit Mühe und kann das Bild dieses Unbekannten nicht von meinen Augen fortbringen Ich sehe ihn fortwährend Er bittet Er drängt mich und verlangt mit Ungeduld das Werk Ich arbeite weiter weil die Arbeit mich weniger erschöpft als die Muße Sonst habe ich nichts mehr zu fürchten Ich merke an dem wie ich mich fühle dass die Stunde schlägt Ich bin im Bereich des Todes Ich bin zu Ende gekommen ehe ich mich eines Talentes gefreut habe Das Leben war aber dennoch so schön Die Bahn eröffnete sich unter so glücklichen Ausbizien Aber man kann sein Geschick nicht ändern Keiner bestimmt seine Tage Man muss sich ergeben Es geht wie die Vorsehung will Wir wandeln durch des Tones Macht Froh durch des Todes düstere Nacht So singt ernst und feierlich das so innig beseelte und ideal verklärte Liebespaar in der Zauberflöte die Mozarts eigenstes Seelenbekenntnis war Es ist das Sinnbild des neuen tiefen Lebensstromes der der Menschheit in der Musik entquollen ist und Mozart war bis zum letzten Atemzuge ein geweihter Priester seiner reinigenden und heiligen Fluten Seine Schöpfungen werden leben solange die Menschheit an dem Leben ihrer eigenen Seele haftet und höhere Nahrung in ihm sucht ein geweihter Untertitelung des ZDF, 2020